hallo und herzlich willkommen erst mal herzlich willkommen auch im wochenende ich möchte jetzt mal ein bisschen was collecten im ersten schritt an ideen an sachen die ich meiner freizeit vor und ich möchte auch die chance nutzen und würdigen dass heute der letzte tag Sally's Siesta ist. The last chance, the allerletzte so nur noch ein bisschen mehr systeme einbringen so erst mal Couscous, Regenbogen, Leuchtarmband rechts, achso ja das Savezone Shirt kann ich retten ich habe ja eins aus dem Benson noch gerettet jetzt wüsste wo, ne? hier aber die beiden sind von der Savezone ich habe noch den Wein den ich mit mir herumgeschleppt habe die Bett mit ins Bett genommen kommt in die Reihe mit dem Alkohol ich brauche noch mindestens 30 Swimmingpools ok also folgendes ich möchte rola von nino ist klar prioso von salisias da werde ich keinen Nachbarn mehr drauf haben Nachbarn jo 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 Kontonummer Ventureadresse Pole dance course Swimmingpool hier über gg beziehen oder so mindestens 30 kommen auf 40 Leute im Haus 10 Dollar pro Flasche kostet der Bums Dunasti soll ich nerven Tauchkurs kann er noch machen bei Project Green Issi kostet 12.000 Embrioso kostet 8.000 hab ich das dann mitbekommen im Pool noch Embrioso kostet 8.000 Turbos möchte ich eigentlich da kam ich auf die Idee dass ich das Alice Moments übertrage damit die Roleplay kriegen ich hoffe die nehmen dafür jetzt nicht pervers viel Geld ähhhh ja 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 einfach mal die ganzen Notizen durchgehen so dann hätte ich gerne eine neue für Wochenende so ich habe gehört es ist einmal heute Demo Demo bei MoFuck dann gibt es oh warte mal wir können Listen Elemente machen Demo bei MoFuck oh edel guck mal oi wochenende wochenende äh dreißigsten sechsten bis zweiten siebten Demo bei MoFuck dann ich wollte einmal zu ah Katrina Veryberry dann wollte ich zu Mr. Glasses nochmal dann wollte ich meinen Kleiderschrank organisieren dann wollte ich äh LS Moments Bustour übertragen so und dann machen wir das ganze fällig ab 19 00 Erinnerung 15 so ok sehr schön dann dann hat die Dynastie mich angerufen um 13.25 äh hier wollte ich auch mal reingucken Destina Delgado Chihua 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 ja genau sagt dein Passwort noch lauter im Stream naja ihr dürfts ja nicht metern hahaha ähm kein Posteingang traurig das ist traurig Benachrichtigung 23 Safe Zone ist telefonisch erreichbar hm Achja Funthouse Funthouse dies und das ähm ähm die Dynastie michaeli hier schönen guten Tag hola Destina ihr hattet angerufen heute Mittag äh heute Mittag da war ich noch nicht ja ich weiß nur er hat mich angerufen äh ich hatte eine Anfrage gestellt für umziehen innerhalb des Blogs ähm vielleicht deswegen äh ja wie war der Name noch einmal bitte Destina Delgado äh ja warte der Kollege steht grad neben mir der heute Mittag da war geben sie mir eine Sekunde natürlich hattest du den Hel Delgado angerufen wegen innerhalb des Blogs umziehen wo wo ah ok der Kollege schaut grad kurz einmal rein kleinen Moment ja allen gut das war 1325 wenn das hilft ich weiß nicht geht um Kruger Avenue Block 9 ah genau also der Kollege sagt grad die äh also die Adresse die sie wohl gewünscht hatten die ist nicht vorhanden bei uns ok die können wir ihnen nicht anbieten ne alles gut äh mir wurde gesagt ich soll euch immer wieder fragen aber uns ist uns ist auch äh aufgefallen dass eine Wohnung frei zu sein scheint und dann wollte ich auch einmal horchen was das ist ich glaub das war J2 äh J2 da ist kein Name am Klingelschild ja heißt nicht zwingt dass es von uns ähm achso äh vermietet wird es kann ja auch gut sein dass es noch durch eins der anderen Immobilien vermietet wird wenn da noch kein Name dran ist glauben sie die Tür ist offen wenn das nicht vielleicht hat jemand vergessen oder hat sich vielleicht jemand das abgeknibbelt das Klingelschild auch das ist möglich achso einfach jemand abgemacht hat das kann so nicht sagen äh das war wie hat die Straßen nochmal Guga Avenue genau das ist ah ok also die ist auch nicht bei uns gerade offen hm ok ich guck mal ob irgendjemand den Tor offen gelassen hat ja sonst schaut es nicht ja vielleicht ist es von einem Konkurrenz das ist möglich dann müssen sie einfach mal schauen natürlich natürlich ja und mir wurde gesagt ich soll euch immer wieder fragen also ich ich frage bis jemand ausgezogen ist alles gut machen wir so ok ok ein schönes Abenteuer ja auch so tschau ich frage bis jemand ausgezogen ist ich will die scheiße Urban Classic jetzt hm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So und die weiße Nahtlederhose können nach oben wandern. Oh mein Gott, ich habe ja noch einiges am Platz im Schrank. Highwaisted Jeans schwarz. Weiß, Naht, ach, für Männer auch noch. Die kann ja wohl verchecken. Highwaisted Jeans schwarz. Okay, die habe ich jetzt also auch noch zweimal zu verschenken quasi. Das ist die weiße Naht, Leute. Deans schwarz mit aufnähern. Oh, hübsch. Passt. Hm. Mein Kleidchen. Dann haben wir die Highheels. Äh, 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 ich nehme auch, glaube ich, kein Blau in die Schuhe mit. Das passt so. Abschließen. So, ein Besserkind möchte ich. Dann brauche ich noch ein Wässerkin auf jeden Fall für den Ausgleich und dann nehme ich noch ein Wässerkin für jetzt sofort. Okay, dann habe ich 3,3 dabei. Dann ist die Welt auch in Ordnung. Okay. Grüß dich, Mörsermann. Was geht ab? Ah. Bisschen gepennt habe ich. Jetzt geht's. Kann ja ein bisschen zocken, ey. Ich war so fällig einfach. Du hast auch hier tatsächlich null Parkplätze inzwischen, ne? Wohnen definitiv zu viele Menschen in diesem Haus. Aber ich feiere es. Das ist total cool, was das Haus für eine coole Nachbarschaft ist und so. Das ist, dass sich alle so gut verstehen. Oh, hier gibt es noch zwei Parkplätze. Toll. Ah ja, Happy Scrap Yard wollte ich auch nochmal abchecken. Ich sammle gerade so Punkte, was ich am Wochenende alles unternehmen kann. Happy Scrap Yard wollte ich noch. Das kommt einmal mit dazu. Oh, Meta-Schutz kommt auch einmal weg. Ah, da, 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 da. Äh, hier. Anpinnen den ganzen Bums. Und. Demo. La Catrina. Mr. Glasses. Apretro. Kleiderschrank sortieren. Dafür brauche ich Post-its. Äh, Alice Moments. Äh. Happy. Skyd-yard. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 19.30 Uhr. Ja, wir können gucken. Nee, ich wollte ab 20 Uhr in die Katrin. Oh, sehr gut. Ich brauche mein Very Berry. Oh, nee, das können wir machen. Ja, sehr gut. Warten wir jetzt zusammen zu die Demo? Ja, natürlich. Wir können gucken gehen, ne? Perfektor. Ja, sehr gut. Ja, den Betty hat er erwähnt, das ist heute, aber ich habe jetzt irgendwie... Ich hatte auch gar keine Lust mehr, irgendwie auf Venture rumzulesen. Wir haben so hart gearbeitet gestern. Und ich war bis ein Uhr wach. Nee, hab ich gesehen. Ach, ich seh's. Da hab ich so ein Team und wär's geslafen. Ja, ich weiß. Es hätte auch früher gehen sollen. Aber es war so viel... Wir mussten so viel noch machen. Nee. Nee. Ja, was ist das? Es hat irgendwie aus Versehen einen Männersachen aus dem Benson genommen. Vielleicht kannst du gebrauchen für deinen Freund. Oh, sieh, nehm ich gerne. Ja. Da hab ich nicht aufgepasst bei dem Etikett. Den ist mir zu groß. Ja, den ist mir zu groß, den Tissot. Ach, sieh. Ah, wir können auch noch in die Sallys und gut sein abholen. Äh, sieh, sieh. Richtig, richtig. Bist du mit Fahrrad unterwegs? Äh, Rola. Ah, okay. Ich will mit Fahrrad. Ich kann nichts mitnehmen. Äh, C? Rüstes, wo bist du? Äh, ich komme raus zu der Straße. Ach so. Ähm. Ja, okay. Ich bin noch beim Westpucci-Supermarkt. Ich komme sofort. Ah, okay. Brauchst du etwas? Ich bin gerade im Laden. No, ich brauche gerade nichts. Okay. Dann ist Komme. Nee, bis gleich. Okay. Trotzau. Adios. Sehr gut. Und so macht man aus einer losen Ideensammlung konkretes RP. Kann ich schon zwei Punkte von meiner Checkliste abraten gleich? Sehr gut. La Katrina war auch schon lange ein Thema. Äh, da, 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 da. Plopp, plopp. sorta are, da, 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 da. Das ist einfach nur krank, wie viele Stopp es in Vespucci gibt. Die Fahrschule meint auch, ja wir nennen das Stopp-Schildhausen. Da sind einfach so viele fucking Stopp-Schilder in Vespucci. Das ist einfach so viele, die Fahrschule zu machen. Das ist einfach so viele, die Fahrschule zu machen. Das ist einfach so viele, die Fahrschule zu machen. Gracias, es ist ein Galaxy. Es hat ein Jacken und Helm mit Galaxy. Die Kokela ist auch offen. Vielleicht sie verkaufen noch so Töpfchen und sowas. Die haben doch auch letzten Tag. Wollen wir auch noch kurz gucken? Aber lass erst mal so die Sallys vielleicht. Okay. Also bist du eher auf Gutscheine als auf Kochgeräte. Weil Gutsein ist kostenlos und Kochgeräte muss man kaufen. Das ist eine sehr gute Logik. Auf geht's! Ja, die haben ja auch letzten Tag. Deswegen, die werden kein Kochgeräte mehr machen. Hast du schon dein Kochbuch? No, hab ich nicht. Ah, denkst du, die verkaufen die auch? Bestimmt. Ganz bestimmt. Wo sollten wir dort auch hin? Ich sage, meins von Fanta aus. Nee. Ja, was ist es? Vielleicht verkaufen sie auch ihre Rezepte. Das wäre da wirklich gut. Ja, was ist es? Weil das erste Rezeptbruch habe ich schon. Und ich wollte ja das zweite und das dritte. Aber wir können keine Kochkurse mehr machen. Oh, ich hoffe, die wird dies bald. Vielleicht gibt es eine andere Unternehmen, die wir haben. Ja, wisst ihr es? Ja, LaCatrina hatte ich schon lange auf Zettel. Aber ich wollte warten, bis du im Laden bist. Die haben zwar auch geschlossen diese Woche, weil die Laden ungesogen ist. Ah, oh. Ist nichts mehr in Westpuzzi? Doch, ist immer noch Westpuzzi, aber nebenan. Okay. Okay. Wow, ihr seid ein, den ganzen Haus weitergezogeln. Das ist ja fantastisch. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Aha. Denkst du, die sind in die Wands? Keine Ahnung. No, hier ist alles leer. Oh. Ah, dann war Elli bestimmt schon bei Social Center. Denkst du? Na ja, sie sagte ja, was heute noch da ist. Geht zu Social Center. Ich kann einmal anrufen. Sie. Ich gucke mal, ob Safezone schon Sachen geholt hat. Ich gucke mal. Sie. Sie. short. Okay. Yes. Sie. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss nur einmal eine Rechnung kurz anlegen, damit keiner sagt, ich habe geklaut. Vielen Dank. 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 Das klingt interessant. Außer das Tanktop und der Wanderrucksack. Ja, natürlich. Was ist diese komische Karotten-Lieferservice? Äh, FFE. Ah. Dann, ich würde das nehmen und das habe ich auch so ein... Nimm, ja, aber ich bin gleich wieder. Okay. Also, diese Turbus-Gutscheine, ich kann dir empfehlen. Ich habe einen gewonnen. Ich bin gerade dabei, das zu organisieren. Dann kannst du den ganzen Tag den Turbus mieten. Und das kostet 1800 Dollar. Also, ich habe schon einen. Nimm den besser. Okay, dann nimm ich den. Das Ding ist scheiße wertvoll. Und eine Eis. Okay. Ja, ich überlege tatsächlich... Was ist Racing-Track? Was ist TRT? Achso, TRT ist Terminal Racing-Track. Was ist denn? Ja, das klingt ganz witzig. Racing-Track. Und... Flywheels is Abison. Dann noch Satsing. Flywheels ist nur für Motore, das eh? Nee, Autos. Ah, das heißt, wenn ich ein Auto lackieren möchte, kann ich damit auch dorthin? Ich weiß nicht, ob Lackierung Tuning ist. Tuning, Tuning. Nee, Tuning ist optisch. Also nicht die Lackierung, sondern so Kennzeichen, Heckfront, Spiegel... Äh, nicht Spiegel... Doch, auch Spiegelfarbe, Sekundärfarbe... Nee, nicht Sekundärfarbe. Spiegelfarbe mit Carbon-Kang gemacht werden, das Dach und die Felgen und sowas. Okay, dann würde ich die vielleicht auch nehmen. Wie viele habt ihr beide jetzt? Zwei. Es hat Racing-Track und Satsing. Ich habe einmal Eis, Tourbus und die Tuning. Alles klar. Danke. Danke dir. Hier, hat April schon was gesagt wegen Erdbeerchen und sowas? Ja, die dürftest du liefern. Ist alles eingetragen. Schnapp dir den Speedo und verfahren alles mit dem Drucker. Okay. Ja, okay. Sehr gerne. Perfekt. Äh, dann lass das kurz machen. Äh, was machen? Liefern? Also nicht nur die Demo? Doch, die Demo auch noch. Ach, du sagst, viel zu viel Stress. Ist ein wenig wie heute. Ja, ist dies. Siehe, die Sukela ist auch bei die Demo gerade. Da können wir eh nicht hin. Ach so. Ja, okay, dann fällt das ja flach. Dann können wir kurz den Speedo... Ja, richtig. Ich muss ja noch was in die Hände nehmen. Ich habe gar keine Platte am Ende. Na, na, na. Wir haben doch hier doch unsere Rucksäcke. Ah. Ist es ein Rucksack oder zwei? Das. Okay. Ich nehme den Resten. Ich glaube, ich nehme noch den Milch. Den bezahle ich dann. Cool Schwank. Was soll das jetzt alles rein? Warten. Ich hatte Erdbeerchen, Blaubeerchen, Gürschen, Orangen, Kartoffeln, Vanille, Kaffeebohnen. Die sind in diesem Außenlager und in dem Außenlager da ganz hinten. Nee. Bessina, du musst doch mal sagen, was alles ist. Und wie viel? Alles einfach? Precies. Alles, was du nehmen kannst. Erdbeeren. Blaubeere. Blaubeere. Kiesse. Kiesse? Orange. Orange sind viele. Ja, es nehmen gleich auch noch was. Keine Sorge, ich wollte noch die Milch mitnehmen. Orange, Kartoffel, Vanille und Kaffeebohnen. Ich weiß, dass hier noch Kaffeebohnen sein müsste. Vanille. Hier war doch eben ein halve minut. Ich habe alles eingepackt, was du gesagt hast. Es ist sogar noch ein Platz in meinem Rucksack. Eine Tasche ist noch frei. Sehr schön. Ja, dann bringe ich es zum Speedo. Ich bewege mich sofort nach hinten. Ich will nur... Ich suche diese Milch. Ich habe sie eben gesehen. Oh, sieh, sieh, sieh. In dem Kühlschrank. Ja, in dem Essenskühlschrank, wo man sie nicht erwartet. Ja, riss, sieh, ich nehme die Milch noch mit. Ja, nimm es noch mit. Soll ich auch noch eine mitnehmen oder passt bei dir da? Äh, dann kannst du den letzten Karton haben. Ja, weil wir machen damit Latte, Milch, Kaffee, Cappuccino. Ja, das ist. Okay, hier ist alles, sagst du? Sehen. Oh, dann hast du aber gut Zugegriffe, ne? Sehen. Ich habe Erdbeere, Blaubeere, Giersche, Kartoffeln, Kaffeebohne, Vanille, Orange und eine Milchpackung. Sehr gut. Äh, ich nehme noch Zucker. Zucker war auch auf, Zucker ist auch immer ganz gut. Ähm, Himbeerchen brauchen wir, glaube nicht. Oder doch, müsste ich nochmal fragen. Ach, bei Himbeerchen, ich weiß nicht. Also, ich kenne ein paar Saisonrezepte, aber auch nicht alle auswendig. Ähm. Okay. Kannst du es nochmal, äh, Speedo? Ne. Okay. Das war's. Okay. 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 Ich habe alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Was würde er gerade liefern? Ja. Ja. Aber ich bin gerade dabei, den Lager auszuräumen. Ja, ich gucke nochmal. Okay. Wir packen gerade... Das hast du Rest. Da hast du vollkommen Rest. Das ist eine gute Idee. Ich sammle erstmal das ein, was ich sowieso bringen wollte. Sie ist hier irgendwo am rumhupfen, ja. Lola und ich beladen gerade Auto. Aber sie ist hier irgendwo am rumhupfen. Sie. Okay. Kannst du dir sagen, dass ich zum Kasser bin beim Foodwerk? Ah, okay. Natürlich. Okay. Okay. Ciao. Bye-bye. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber wir können jetzt mal nach hinten fahren. Da ist noch ganz schön viel im Lager. Ach, von der Lebensmittel? Natürlich. Es kam gerade jemand vorbei in der Motorradfahrer. Ich habe gesehen. Hast du gesehen? Ja, dass jemand kam, aber nicht... Der hat mir Blumen gegeben. Oh. Ich habe es dann überlegt, ob die vielleicht von den Evergreen Blumen verteilen, an die Unternehmen, weißt du? Kann sein. Da kann man die Sachen auch hier rein. Ja, wie gesagt, wir müssen noch etwas. Ich dachte, es sei schon... Nein, das sind zwei Lager. Aber ich muss um 20 Uhr so... Ja, es war es. Es reicht schon, wenn wir einladen. Okay. Naja, die sind ja... Die müssen ja nicht alle zwangsweise gekühlt werden. Es sind ja nur ein bisschen Früchtchen. Und die Milch wird das überleben. Nee, bestimmt. Ja, es sind ja nur Früchtchen. Aber davon nicht wenigen. Ich glaube, Erdbeeren, wir brauchen zwei Reihen. Bestimmt, mindestens. Okay, dann fahren wir die Speedo nach hinten. Richtig. Ich dachte... Okay, dann habe ich es vielleicht nicht deutlich ausgedrückt. Das meiste ist in dem Lager hinten. Ja, was ist das? Ich sehe, aber da können wir mit dem Speedo hier hinten... Ja, natürlich. Das, äh... Hast du einen das eingeladen? Sieh. Jetzt guck mal, ob noch jemand eingestampelt ist, der den Lieferungen dann auch annehmen kann. Weil Apple macht Furtrag. GG ist eingestampelt noch. So. So. Erdbeeren, aber... Ähm... Pfirsich brauchen nix. Maracuja braucht nix. Mango, Knoblauch, Kartoffels nehmen noch. Sieh, ich nehme die Kartoffeln. Ah, okay. Sorry. Bitte, Sonnigstück zurück. Äh. Oferstehen, Oferstehen, Minze brauchen nix. Dann ich nehme Vanille. Same. Vanille. Oh, können wir sehr gut Cutie machen. Cutie? Ja, Cutie. Das ist ein Erdbeer-Vanilien. Ah, okay. Was ist das? Also du hast die Vanille? Ich hab Erdbeer-Vanille tatsächlich gerade. Kartoffels brauchen noch. Ähm... Kartoffels habe ich. Kaffeebohnen hattest du von vorne, eh? Nee. Okay, dann guck ich's noch einmal in Küchen an sich. Ja, und eventuell Wasser, hm? Wir haben auch noch irgendwie 30 Millionen Liter Wasser vorne. Ja, ja. Ich glaub hier drin, ich hab auch ein Flaschen gesehen. Nee, ich nehm mal die Stubble hier mit. Ja, ich hab auch ein Flaschen gesehen. Äh, Apfel und Paprika, ich weiß nicht. Muss Gigi sagen, wenn sie noch was möchte. Nee. Hm. Wo hatten wir denn noch Wasser? Vorne ist auf jeden Fall ganz viel Wasser. Nee, dann geh ich mal von vorne noch Wasser, oder? Okay. Ja, wir machen das. Dank. Nein, na hơn. centra. Wie ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kannst du die nicht annehmen? Ich weiß nicht. Oder ist das nicht gut, weil du dieselbe Person bist, die auch liefert? Ja, richtig. Dann musst du liefern und ich nehme an. Ach, aber nicht mehr jetzt. Ja, es weiß. Ja, egal. Okay. Du hast aber alles von Wasser, was du gefunden hast, ne? Nein, es ist nicht alles an Wasser. Ach so. Aber der Rucksack ist randvoll. Ich habe alles, was ich sagen konnte. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der mit der Bestellung jetzt funktioniert. Dann ich schmeiße den einen Rucksack. Dann lass uns wieder zurückfahren. Dann der eine Rucksack hier, der ist ja... Ja, keine Ahnung, wenn die dann bereit sind, anzunehmen kann, bringe ich das einmal zur Safe Zone. Ja, aber hier ist eben eine Person mit einem Motorrad wiedergekommen. Hast du die auch gesehen? Ich habe nur den Motorrad gesehen, der hier drauf gefahren ist. Okay. Oh, egal. Okay. Vielleicht könntest du mich so die Wohnung zurückbringen. Aha. Dann kann ich den Fahrrad zur LaCathrina fahren. Ich kann dich auch direkt zur Arbeit fahren. Nur weil da muss ich ja nachher laufen. Aber sie könnte ich auch. Du kannst auch den Brioso einfach mitnehmen. Ach so, no. Mach ich lieber nicht heute. Ja, falls den eingezogen wird, hast du es. Ja, weiß nicht. Ich bin ja nicht dir. Ja, ich bin ich da. Sch l lama. Ja, ich bin ich neighbor, wie ich Привет, das bin. Vielen Dank. Ich habe noch ein Schneidebrettchen gerettet. Ah, sehr gut. Da war ja ein Haushaltssneidebrett. Ja, den Industriesachen, wir dürfen ja nicht rausnehmen, aber Haushalt ist okay. Kann sein, keine Ahnung. Ja, nur dann sind die Regler aus. Industrie nix nehmen. Nee, okay. Aber Haushalt ist okay. Es wandert ja sonst eh auf den Mohl. Nee. Und selber kochen macht Spaß. Ich lasse losfahren. Ja, natürlich. Ich muss einmal noch zu meiner Wohnung. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber ich will mein Leben, ich muss meinen Helm tragen. Nee. Ja, ist das. Das ist keine für mich, egal. No, leider nix. Das ist ein ganz kleiner Ablagen. Da geht nur rein den, äh, erste Hilfe und ein Helmchen und ein Jäckchen. Dann ist's voll. Ja, okay. Ja, ist das. Das ist nix gedacht für zwei Personas. Das ist ja nur ein kleiner Helmablage. Und dann hab ich da noch Jäckchen reingestopft und halt meinen ersten Hilfen. Gut festhalten. Nee. Mhm. Das ist ausgeliehen von Nino. Ah, okay. Ja, ist das. Weil Nino hat Auto und sie sagt, sie braucht den Roller im Moment gar nix. Und, ähm, aber ich bin bei Casa eingetragen, dass ich fahre. Ah, okay. Ah, nee, ich muss auch noch so die Casa. Was? Irgendwie heute, du hast viel vor, hä? Du machst mir gleich erstmal... Ich hab viel vor, ich sehe so meine Chaos. Ja, aber selbst am Wochenende kannst du mal einen Gang runterzalten, ne? Du musst mir gleich erstmal den Haaresöhlen machen. Sehen. Ja, weißt du, erstmal Haaresöhlen. Ja, weißt du, erstmal Haaresöhlen. Ja, weißt du, erstmal Haaresöhlen. Und, ähm. Ja, wirißt du, erstmal Haaresöhlen. Und, ähm, aber auch schon. Und, ähm, aber auch schon. Und, ähm. So, jetzt irgendwo Vespucci. Aber wo genau Vespucci, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo es ist. Du musst mir erzählen. Ja, wir finden schon. Du arbeitest da ja. Also Vespucci ist ja eigentlich immer geradeaus. Man muss nur wissen, ob man... Ah, ich glaube, ich gehe jetzt sehen. Okay. Achso. Natürlich. Wie gesagt, man muss ja nur wissen, welche Straße... Weil die ist ja eigentlich alles parallel. Ja, du fährst doch nur ein... Weißt du, was ich meine? Nee, also ich weiß auch, wenn ich dort bin. Den sind doch nur... Ja, allen gut, allen gut. Den sind ja im Prinzip nur zwei sehr lange Straßen. Und du musst nur wissen, welche davon. Vielmehr ist doch Vespucci nicht. Das sind zwei lange Straßen. Ich finde, ich soll den was gelöser, keine Ahnung. Ich kenne irgendwie immer nur zwei lange Straßen. Und den Strandpromenade. Dazwischen ist dann irgendein Humbug, aber... Im Endeffekt ist dann nur zwei lange Straßen. Ja, ich weiß nicht. Ja, du musst hier rechts, glaube ich. Okay. Hier ist ein Cool Beans. Mach's eh, aber die sieht nicht aus, als wenn die häufig betrieben wird. Hier, diesen Parkplatz. Hier rechts auf der Parkplatz. Okay. Ich bin schon hundertmal auf diesen Parkplatz gefahren, aber ich wusste gar nicht, dass hier der Friseur ist. Das ist Ewigkeiten her, dass ich mit Gigi bei LaCatrina war. Von euch habe ich meinen Haaren. Nur noch nicht den Farben. Ja, richtig. Ja, natürlich. Ach, scheiße. Dann kann ich gar keinen Helm tragen, wenn die Farbe gleich trocknet, oder? Oder hast du da so ein Folie? Oder sowas? Oh, ich sehe. Das ist... Deine Kleidung geht nicht kaputt dabei. No, es geht nicht um Kleidung. Es geht um Helm. Wenn die den Haaren frisch gefärbt sind. Genau, das wird doch alles direkt gefärbt. Da musst du nichts trocknen lassen. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Du bist Friseur, ich nis. Nein, nein, ist alles gut. Okay, ich dachte, mit dem Helm habe ich dann ein Problem. Nein. Okay. Sonst hätte ich gesagt, musst du so ein Folien drüberlegen. Nein, das ist... Das wird ja direkt, wenn du aus der Lade rauskommst, kannst du dir direkt wieder alles machen mit die Haare. Hm, okay. Na gut. Okay. Hm. Jetzt gut. Perfekt. Neulichs irgendein Scherzkeks hat meine Roller weggeschoben aus dem Hof raus. Einer wirklich? Ja. Die irgendwelche Scherzkeksen in der Nachbarschaft hat angefangen zu schieben, zu schieben, zu schieben, bis auf der Straße stand. Ei, da vorne ist die Lade. Sorry mal. Aha. Woher war hier rechts? Diese kleine. Na gut, äh, das ist wirklich kein... Das ist wirklich ein, ähm... Das war nicht weit, umzuziehen, ne? Hola. Hi. Hallo. Grüß'n, neulichs, wie ist'n, neulichs? Wie geht'n? Gut, und selber. Ja, Misa auch, gracias. Es wollt'n, äh, Veri-Beri probieren, wie den aussieht. Wen probieren? Veri-Beri. Diese... Ihr hattet neulich in der Werbung. Aber wer von euch arbeitet hier? Äh, keiner. Ach so, deswegen, keiner weiß, wovon ich spreche. Hast du denn jemand drinnen gesehen? Nein. Er ist verschlossen. Der Laden hat zu. Ach so. Nein, das kann ich sehen. Ich dachte, ihr gehört hierhin. Und ich sprech' von Veri-Beri, sorry. Ich dachte, ich hab' hier den Frisören. Ach so, in der Seite. Allgemein, die Friseure dürfen erst wieder am Sonntag öffnen, also ich glaube nicht, dass ihr heute jemanden gekriegt. Ah, okay. Ach so. Na, weil ich bin, äh, ich arbeite in den Laden, aber ich bin noch Auszubildende. Und ich hatte mich gewundert, weil sie sich heute auch wieder eingetragen haben für die Arbeit. Ach so. Ja, eigentlich, äh, meines Wissens, äh, dürfen die Friseure erst umöffnen. Na ja, okay. Aber ich versuch' auch die ganze Zeit schon. Luna zu erreichen, aber, ähm, ist sie halt nicht ins Telefon. Naja, es steht ja auch geschlossen, ne? Ja. Okay. Aber ich soll nicht zu den Laden, die gewinnt mir richtig. Ja, das ist tatsächlich, ähm, zwei Häuser weiter, aber viel größer, ey? Seh. Cool. Guck mal, da ist sogar ein Ort, wo man Nägel machen kann. Oh, 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 oh. Cool. ich komme ganz okay so jetzt können wir jetzt habe ich zeit ist ja okay ich habe ihnen da alle mit einem selbstverständlich angequatscht oder ich dachte das sind ja und ich dachte das sind ein kollegen ja dann lass uns doch dann kann es dann dann können wir doch zu kassa jetzt dann ist da ist auch april mit dem futtrag und dann kriegen wir ja mit wenn sie annehmen kann die verruhen warte mein helm da ist das eine karte ja das heißt tragen alle zur arbeit ein und dann dürfen gar nichts arbeiten diese eintragen bei la katrina ist so unzuverlässig bei denen so dann bitte einmal so die gaza sie senorita dass die nachfah den rolla vor ich bin ein zuvor in ja dass das dem brio so wer weiß wie lange wir den noch benutzen können siehst du ich muss eine kurze anruf machen halten gut fest trotzdem brauch sein headset also seit ich gesehen habe bei hunter und ich habe mir auch geholt weil du hast immer die hände frei das ist voll cool die nummer weiß geschrieben ah ich schwöre bei gott wenn du dich nicht festhält ich möchte dich nicht in krankenhaus abholen aber auch die rolle bei die kassa gleich im sofa die kasse muss denn der food truck aber wo ist der food truck sich suche ich habe keine ahnung es ist ein chaos tag heute also alles wie immer ich versuche ich versuche den vater vielleicht ist sie bei dieser wo bist du das anwaltschaft das sind vielleicht ist dort die food truck bei die demo hat das demo ist bei satz anwalten er ist doch das bei kassar okay ich muss doch so lagartina dachte ich und jetzt muss ich aber doch es ist ein wenig verwirrend leute also bei die stats anwaltschaft sie okay dann sind wir auch gleich dort auf die wiese bei die stats anwaltschaft keine wiese bei die stats anwaltschaft da in del perro polizeistation wo ist die polizeistation kann den betty mal einen ort richtig sagen ich habe gerade die stats anwaltschaft auf karte ausgesucht keine ahnung mein gott also stats anwaltschaft ist da wo morgen arbeiten sie das sind jetzt unterwegs sind ja es musste kurz auf karten suchen auf die wiese bei die spring wohnen wir suchen okay wir sind unterwegs ja erst heißt es kassa dann heißt es stats anwalt dann heißt es polizier den stats anwalt muss das kurz aus den karten raussuchen das ist dort wo morgen arbeitet ja ja hier aber hier ist nichts wiesen wie sagt sie auf die wiese sie ist selber ein wiese auf großen grunnen wiese ist ein großen grauen berg weil die was ich in die dings gesehen habe ich glaube ich ist irgendwo hier mein gott vielleicht war dort einmal hin wo ist dort also diese city hall und wo ist das geradeaus okay aber es klappt dann ist ein filmstudio da darf ich nicht reinfahren sie war jetzt links okay ich eines tages es klatscht bei betty ehrlich kassa stats anwalt polizei city hall wen will die verarsen ich weiß auch nicht mein gott ich muss einmal eine andere machen halt dich fest ich krieg einen mittleren krise hier aber ich muss doch noch so die kasa sehen wegen meiner adresse ja natürlich das das machen wir auch ich wo ist jetzt den rathaus rechts okay geradeaus und die nächste kreuzung musst du so links eine von die viele links ach hinter dem krankenhaus das gericht das ist doch nicht das rathaus das ist das gericht steht die hall steht in die karte achso ja aber da ist doch da ist doch ja aber da ist doch justiz und da ist die wiese ja hättest du einfach justiz gesagt dann hätte ich gewusst welchen wiese ach betty hat doch keine ahnung vom leben ach betty ist ja ich sag ja die betty hat keine ahnung von gar nix das ist die justiz nicht den staatsanwalt sie wollte bei die taxi arbeiten auf gar keinen fall okay jetzt kannst du irgendwo packen die kann erstmal bei was ist wo in los santos anfangen sie wirklich hola wo ja ich wollte gerade fragen wo geht das am besten das hier ist nur noch platz für den bus der minimale anforderungen braucht ich weiß nicht wo können sie wo können sie empfehlen zu packen also ich sag ihnen jetzt ist ich glaub wenn sie da lang fahren haben sie arsch gerade aber da fährt jeder lang naja ich dachte als officer haben sie vielleicht eine idee geht es vielleicht hinter der justiz oder so da können sie es versuchen ich weiß nicht wie es aktuell da aussieht ich probiere hinter der justiz okay gracias kein problem wir können so in die krankenhaus und in die die garage fahren die haben eine garage über eine krankenhaus sie links dreh einmal ja da ist ein polizist irgendwie der guckt weg ja natürlich der guckt weg ah hier rechts ist doch noch nicht so oh da ist es rot in der zwischen einfach so eine kleine fahrzeug hier auf die wiese den finde ich doch nie wieder ich guck jetzt dahinter und dann wir probieren dieses park aus ach du scheiße die haben ja hier überall alles zugeparkt ja natürlich aber die haben alles zugeparkt was ist das ja wenn er auf die wiese stehen darf dann darf ich das auch oder es werden nachher beide abgeschleppt ich wusste nicht in fachschule die haben gesagt nicht auf die nicht ja mit guck mal die haben ja so erklärt wie den auto das macht zwei räder auf ja aber ich weiß nicht wie man rolle ob man auf dieses den darf den weiß ich gar nicht ich krieg mittleren zustände ich muss erstmal mit april reden wann sie den essen annehmen kann bevor wir da in diese menschenmengen laufen außerdem ich habe viel zu viel geld dabei für eine menschenmenge atmen ich glaube ich gehe erstmal in krankenhaus auf toilette ich bin voll gestresst und wir haben freitagabend es ist man sollte chillen heute ist auch diese omega sie ja das ist mir doch sei es egal ich stelle mich doch nicht drei stunden in erwartungslangen ich stelle mich wir können unsere eigene party machen wir gehen zu angel ja richtig sie hat den halben ja aber ich überlege tatsächlich den ganzen kupalibre noch zu kaufen also sie hat wirklich sie hat wirklich für 10.000 jahre party eingekauft warte ich müsste noch einmal nach rola gucken ich hab angst hier sind so viele leuten also sie hat es auch keine in und war sie aber lieber zweimal gucken hier sind ein ich weiß gar nicht bis 100 leuten ich muss ja so ein banko gesehen eine bank ja sie heißen aber in die krankenhaus wenn ihr auf toilette gehst dann nicht sollte doch eine bank ja das weiß ich weiß sie haben auch einen hier drinnen ich frage noch mal den officers haben sie einen bank in den justiz ein bankautomat ja ich möchte nicht mit so viel geld in ein menschenmenge gehen das kann ich absolut nachvollziehen haben sie auch toiletten haben wir ja auch sehr gut wir haben sein geldautomat und toilette ist für sie die rechte tür davor das ist was ich sein marschall ich habe auf ihrer weste gelesen ja richtig der just marschall das ist eine bundesbehörde okay wir sind hierfür state prison zuständig und für personenschutz und objektschutz der ist die papen doch justice okay also quasi justiz polizia ja so um die also kann man es nicht genau krass jas vielen dank kein problem so kurz anrufen so kurz anrufen so rum souso so so Vielen Dank. 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 Ja, es war es. Es hat doch einen Polizisten gefragt. Angel, dann ist drinnen in diese Gebäude eine Bankautomat, falls du brauchst. Direkt, wenn du direkt wenn du reingehen, wenn du reingehen, wenn du reingehen, direkt wenn du reingehen, da rechts, einfach direkt rechts abbiegen in den Dingen. Okay, das ist mir jetzt eben schon abgefallen. Wer denkst du bin ich? Das ist April, das ist eine... Was hast du zu essen bei April? Ich habe noch ein bisschen Waffelteig, ansonsten habe ich Kuchen und Einhäuschmus. Äh, kannst du mir ein Waffel geben? Hola! Gracias. Si, bei dir? Si, si, si. Si, claro. Si, si. Ja, es hat irgendwie noch nicht viel mitbekommen von Demo. Wir sind gerade eben erst angekommen. Ich muss erst mal auf Chloe, ey. Ich glaube, die ist auch gleich vorbei. Sie ist auch gleich vorbei. Es wurden ein paar Betroffene, die sind nach vorne gegangen, haben ihre Geschichte erzählt. Sie, morgen um 19 Uhr oder 19.30 Uhr ist die zweite Demo. Sie, von Kanzer dann. Okay. Und, ähm, si. Okay. Ja, aber vielleicht ist es kriegt den zweiten Mieter. Gratias. Ja, vielleicht wird da nochmal was angezündet endlich. Ja, oder mit Leuchtzackeln abgeschmissen. Ja, irgendwie sowas mal. Ja, also heute war es sehr friedlich. Die haben auch die ganze Zeit gesagt, es soll friedlich bleiben. Aber ich denke mal, wenn wir weiterhin nicht gehört werden, als Person, Torus, wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Randale geben. Ja, hoffentlich, man. Alle mal ein bisschen auf die Barrikale steigen. Oh, danke. Danke. Ich weiß nicht. Mir ist ein paar mehr Beleidigungen. Wie soll ich mit der Veranstaltung, äh, da gibt's morgen, die hat wohl das irgendwie in die Wege geleitet, mit der, äh, Chica mal reden, so, und sagen, dass die Safe Zone und, äh, dass Lolitas eventuell wieder zur Unterstützung vorbeikommen wollen? Wie ist das bei euch morgen 19 Uhr? Äh, nee, kann ich leider nicht. Mh, Vale. Ja, später. Ich könnte. Du kannst, ja. Natürlich. Dann, ja. Sonst, ey, willst du kurz mit nach vorne kommen? Dann kannst du für die Safe Zone reden. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Vale. Olaaaaaa. Olaaaaa. Ola. Ich zieh mit der Welle weiter. Ola. Ich zieh mit der Welle weiter. Ola, auf die Straße gehen. Jawoll. Ja, gut. Samba, sie setzen sich in Bewegung, äh? Vielleicht, sie gehen zu Casa. Ja, wollte ich doch gleich hin. Ja, scheiße. Bisschen schwierig jetzt, äh? Nee. Na, die werden dich ja schon reinlassen. Das ist ja ein friedlichen Demo. Aber ich möchte halt auch einmal gucken, wann April Lieferung annehmen kann. Weil Gigi ist nicht an Telefon gegangen. Sink. Sink. Hast du morgen auch Lust? Safe, äh, Vortrag? Mit mich? Boah, da hab ich keine Zeit, leider. Assaden. Ja, okay. Aber ich hab mich irgendwann eingetragen, wo du auch da bist, nächste Woche. Ach, Sesseln! Ja, es macht immer so ein bisschen verteilt über Woche, hm? Ich wollte jetzt auch den Leuten nicht zu viele Schichten wegnehmen. Erstmal gucken, wer wann möchte, so. Wir sollen drei machen. Ja, und, äh, ich kann mit die Ausbildung auch, äh, ich glaub, es kann immer nur einer an einem Tag sehen. No. Zwei ist ja auch, ja, ja. Also, wir sollen, wir sollen im Prinzip nur zu zweit in dem Laden sein, wie bei Sully's auch. Ja, sehen. Ja, was ist das? Ja, sehen wir doch an, wenn die Ausbildung, äh, nur drei Stunden oder zwei Stunden kann, dann können wir ja zwei an einem Tag, weißt du? Ja, natürlich. Also, das ist in Ordnung, wenn sich zwei Leute eintragen, dann muss man sich auf die Schichten aufteilen. Seh. Aber ich will jetzt auch nicht überall reinzreiben, weil es nicht überall andere Neue gibt. Ja, ja, das ist bei mir genauso. Ich habe, ich habe mich sehr oft eingetragen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Schichten immer voll sind. Deswegen, ich hab mich ein bisschen zurückgehalten, ich hab erstmal die drei genommen. Oder vier. Ich hab ehrlich gesagt vergessen, ob ich drei oder vier eingetragen hab. Und dann, dann können Kollegen auch noch sich entscheiden, was sie möchten, so, äh? Also, ich tendiere tatsächlich zu der frühen etwas. Äh, das war an welcher Tag? Mittwoch? Hm, Montag, Mittwoch... Ich würde einfach irgendwann dazukommen, wenn ich war. Was heißt das? Ich muss noch eine Schicht nehmen. Ah, no, ich habe Mittwoch 20. Richtig, Montag 1 und Mittwoch 2. Hey, stabile Pants hast du. Wo hast denn du die her? Äh, die High-Wasted? Ja, genau, Mann. Äh, die wurden mir tatsächlich geschenkt. Ich weiß nicht aus welchem... Aber die Babymama sucht auch so nach Hause. Man sucht nicht die her. Ich weiß ihn leider nicht, weil mir geschenkt wurde. Sieh, so, tut mir leid. Ja, okay, Mann. Ja, no problem, Mann. Dann nicht. Sieh, tut mir leid. Die habe ich gestern aus dem Benson geholt. Ich habe doch keine Ahnung, aus welchem Laden... Ja, natürlich, ich verkaufe ihm jetzt meine Hose. Und laufe hier in den Unterhöschen weiter, oder was? No. Nein, das ist eine gute Preis machen können. Ja, richtig, es kostet nur 1000 Dollar, Senior. Na, es hat ihn gestern aus dem Benson geholt. Wer weiß, wo die den gekauft hat? Aber was eigentlich in eine Lade, in die jetzt so ist. Ja, natürlich, gehe ich von aus. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also, Montag und Mittwoch, ich bin da. Aber du hast dich doch gar nicht in der Ausbildung eingetragen. Na, doch, habe ich. Ach, sei es, ich bin in den falschen Wochen. Haha, ich sehe gerade. Äh, Montag, Mittwoch und Freitag, ich habe... Ah, ja. Ja, schön, ach, guck mal, mit Lara... Und dann Donnerstag, am Mittwoch mit... Ja, okay. Ja, sehr schön. Ah, ja, guck mal, ich habe vier Schichten in der nächsten Woche genommen. Montag, Mittwoch und Freitag. Ich bin ab Freitag... Ja, ich war im falschen Film, ich habe in dieser Woche geguckt. Haha, okay. Ja, ein bisschen kompliziert. Ja, no. Ich finde es tatsächlich sehr gut, dass bei Safe Zone die Datum steht und nicht die Kalenderwochen. Dieses Kalenderwochen bei Sully, das hat mich voll verwirrt. Ja, sehe ich mich auch. Ja, weiß nicht. Ah, weißt du, zufällig die Nummer von der Kasse auswendig? Natürlich, also nicht auswendig, aber in mein Telefonbuch. Ah, kannst du mir kurz sagen. Natürlich. Äh, 611. Ah, hola, ich wollte fragen, ich muss eine Adresse ändern und neu auf meinen Ausweis drucken lassen. Wäre jemand da, dass ich die machen kann heute? Die ist perfekt, da bin ich gleich auf dem Weg. Gracias. Okay, es ist sogar jemand da in die Kasse. Ja, dann lass uns eben fahren. Ich meine, ja, in April wird mir ja Bescheid sagen, wenn morgen einen Vortrag machen. See. See. Warte mal, ich glaube, mir ist eingefallen, aus welchem Laden ich die Hose habe. Das ist gar nicht die aus dem Benson. Ich glaube, die war von Suburban. Ich ja. Ich glaube, ja. Weil ich hätte auch in die Benson eine Hose gesehen mit so Off-Sticker. Ja, okay, dann war das vielleicht... Ah, ich habe keine Ahnung. Das würde die sein, aber ich hätte die nicht so ganz angeguckt. Ich auch nicht. Aber nirgends habe ich die nicht gesehen. Du hast einfach gesagt, die Hose ist hübsch, nimm die. Ich glaube, ich habe die gar nicht anprobiert. Jetzt weiß ich nicht, ob die aus dem Benson oder aus dem Suburban ist. Keine Ahnung. No, ist auch egal. Ja, ist nicht. Der wird die so entwinden für seine Babymama. Ja, normalerweise, ich sage sowas ja auch, aber beim Benson, keine Ahnung. Also, ich habe ja nicht mal gelogen. Sie wurde mir geschenkt. Das ist so. Sonst wird er nie erfahren. Ja, ist es. So, Deckel zu. Dann kannst du dich draufsetzen. Bitteschön. Oh, Betty ist jetzt mit einer Pastor mitgegangen. Ui. Okay, wenn du bei dem Casa da drin bist, dann texte ich nochmal April. Ob ich morgen einen Vortrag mache und wann sie Lieferung annehmen kann. Aber das ist mir auch schon passiert mit Angel und April. Aber immer nur in Gedanken. Ich kann die beiden schon unterscheiden. Ja, richtig. Dass ich die Namen vertausche, ist mir ganz schön. Das ist absolut normal. Das ist mir auch schon passiert. Ja, ich weiß. Das ist mir auch schon passiert. Ja, richtig. Aber wenn sie vor mir sehen, es geht. Aber die Namen, ich habe auch schon vertauscht im Kopf. Das ist absolut normal. Du bist echt kreativ. Ich habe immer noch im Kopf. Das ist praktisch. Ja, richtig. Aber ich habe immer noch so im Kopf von wegen... Na, du bist keine Autos. Nicht auf den... Ja, ich weiß, aber ich habe halt Auto gelernt. Ich habe Auto gelernt und da hieß es immer, nichts auf Bürgersteig. Nichts auf Bürgersteig. Und das ist noch ganz tief in mir drin. Ich muss mich das abgewöhnen. Okay. Du musst einmal deinen Schnur senkeln. Ich glaube, den ist offen. Nun, dein Schnur senkel, ich glaube, ist offen. Geht es richtig zu? Ja, sehr gut. Direkt so. Ich muss mal die Dany ist hier auf angerufen. Die buchen mir immer noch Geld ab. Ich dachte, ich hätte diese Woche ein Buch nicht. Hola. Okay, wenn sie mich durchsuchen. Geht es noch? Wunderbar, das ist echt gern. Gut, dann können sie auch einmal durch. Ja, ich bin fertig. Dann die andere Dame. Hola, natürlich. Nichts auf, nichts Piz. Und ich darf auch, ja? Natürlich. Wunderbar. Hör ich gern. Gut. Dann dürfen auch Sie zum Tresen kommen. Das, ja. Guten Tag für Sie. Ich hoffe, ich bin auf dem Weg. Und, äh, bitte. Wieso ist die Polizier hier? Na, weil die eine Demo hierhin sich bewegen. Wir waren gerade noch vor der Demo hier. Also rein war leicht, raus könnte nicht so leicht sein. Ich gehe davon aus, sie wandern von Justiz zu Kasa. Also vielleicht, wir müssen warten, bis wir wieder rauskönnen. Ich muss jetzt eh warten, bis eine Zeit hat. Ja, richtig. Ich wollte ja gar nichts von Kasa. Deswegen, ich warte einfach so. Ja, ich dachte mir fast. Ich meine, es ist ja, es ist ja den Gewerbeamt, den alles zugemacht haben. Ja, mein Gott. Besser hier drinnen als da draußen. Ähm, es war ja das Gewerbeamt. Deswegen, natürlich, sie laufen hierhin. Das ist absolut klaro. Aber, Lola, möchtest du in unseren SMS-Gruppen von unserem Haus? Du wohnst ja noch gegen Uber. Ja, ich wohne jetzt gegenüber. Ey, well, Christina, du kennst doch gar nichts Neues und Neues Geld für sie. Ja, warten. Ich, äh, dann muss ich Jekka deine Nummer texten. Weil die hatten in SMS-Gruppen auch geschrieben, wo sie sich treffen für Demo und sowas. Ah, okay. Okay, sag noch mal bitte. Meine Nummer? Mhm. K5, 5, 5. Moment, in die Gruppe setzen, bitte. Sie wohnt gegenüber, wo auch Rodrigo ist. 5, 5, 5. 9, 4, 1. 9, 4, 1. 9, 6, 6. 9, 6, 6. Aber ist in Ordnung für dich, dass die Nachbarn dann deine Nummer sehen? Sie ist okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was? Oh, guck mal, sie sitzen dort. Nee, aber was ist diese Geräusche? Ich habe keine Ahnung. Was machen die da? Ich weiß nicht. Du hast die seriöse Stimme im VW. Aber in die Wasserflaschen geschüttelt. Ich weiß nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist kein Hindernis. Ich weiß nicht. Es würde das nicht machen. Aber Betty ist einfach Betty. Betty weiß ja nicht mal, was ein Gerichtsgebäude ist. Wie kann man so verwirrt sein? Ich kann doch ein Gericht von... Ja, natürlich. Ich hoffe, ich bin nicht so windsiebzig. Man wird ja wohl den Unterschied zwischen Staatsanwalt, Polizei und Gericht... Dann würden Sie mit Ihnen einmal nach oben gehen. Okay. Sehr, perfekt. Wann bist du hier, Bettina? Ich bleibe hier, ich warte nur. Wir würden die beiden nach oben nehmen. Ach so, aber ich brauche noch... Ich möchte gar nichts. Ja, aber zur Sicherheit. Ach so, okay. Natürlich. Sie würden sich auch da nichts hier rauslassen durch die Beutel, deswegen. Naja gut, aber das sieht man in Rola. Das ist nett. Da habe ich natürlich jetzt nicht mit gerechnet, dass die hier hinlaufen. Dann hätte ich etwas weiter weggeparkt. Das tut uns leid. Noch allen gut. Alles gut. Wir lassen sie dann hinten raus, ne? Ja. Die sind ja eigentlich ganz friedlich. Die werden mich schon zu meinem Rola lassen. Das ist uns bewusst, aber wollen sie ja trotzdem nicht. Ja, natürlich. Auch jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier soll. Ich wollte doch nur mitkommen. Oder, ich weiß auch nicht. Wenn ich schon mal hier bin, bietet sich irgendwas an. Warte, müssen wir irgendwas machen? Tatsächlich nicht. Ich werde ja automatisch gekündigt. Ja, also ich bin bei... Ich bin bei Sepsorn und Sally Siesta und so weiter. Ich weiß, ich werde morgen automatisch... Also quasi um Mitternacht automatisch gekündigt. Aber wegen Sally, ja? Ja, natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, der CEO kann sie nicht mehr anrufen. Ja. Ja, reicht es. Kannst du hier runternehmen? Ja gut, dann bin ich einfach dekorativ hier. Ja. Okay. Und sowas brauchen Sie? Ja, natürlich. Ich stehe so lange rum und sehe gut aus. Ansonsten können Sie auch gerne vorne auf der Sofa setzen. Okay. Müssen Sie wissen. Ja, ich will ja auch niemand in dem Weg sein, ne? Ah, hier ist genug Platz. Ja, okay. Dann stehe ich hier dekorativ. Können Sie gerne machen. Schönen Abend. Dann esse ich jetzt heimlich ein bisschen Nudelsalat. Man nennt es RP-Pause. Ja, ich will ja auch nicht. 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 Vielen Dank. 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 Seid ihr fertig? Okay, ich habe eine Frage noch. Ja? Ich habe jetzt richtig verstanden. Ich muss nichts machen mit Betriebsschließung. Das wird morgen automatisch gelöscht. Genau. Salisiesta. Okay. Na ja, weil CEO kann sie nicht mehr anrufen, ich denke mal, ich denke mal, ich weiß nicht, ich könnte jemanden in die LP reinstellen. Was kann das, wenn ich das nicht mehr anrufen, ich kann es nicht mehr anrufen, ich habe ich nicht mehr anrufen, ich bin ich nicht mehr anrufen. Okay. Das ist gut. Gracias. Gracias. Ein schöner Abend für Sie. Ciao, ciao. Ja, natürlich. Ciao. Okay, wir müssen nichts machen mit Sally. Das ist nett. Ja, es ist. Aber wir müssen zu Deiner's die. Natürlich. Weil Deiner's die bucht mir immer noch die volle Geldabflügewohnung. Okay. Also bist du jetzt nur bei Morgan eingezogen und hast keinen in den Norden, oder? Keine was? Ja, du wolltest doch in den Norden. Na, er hat mir die Süße gegeben. Und jetzt wohne ich bei ihm mit. Ah, okay. Wir sind doch offiziell zusammen. Ja, sehr schön. Wart ihr das nicht so lange? Noch. Also? Auch so einen Beziehungsstatus ungeklärt? Ah, seh. Oh mein Gott. Irgendwie alle... Ja, ja, ich habe noch mitbekommen, aber ich dachte, das ist... Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das hat sich lange erledigt. Ja, und er hat immer auch gesagt, ah, seh, man braucht ja nicht fragen. Irgendwann weiß man ja, dass man zusammen... Ja, natürlich. Ich habe gesagt, Norm, ich möchte, dass Sony möchte gefragt werden, wie meine Telenovela sehen. Ja, Riese. Und hat er zu ihm gefragt? Die haben wir heute Abend. Okay, erzähl mir das später. Ja, Riese. Also zumindest die, die auf einen Omega geht. Wir haben doch alle kein Geld mehr dafür, weil wir keine Jobs mehr haben. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe es nur wieder vergessen, wo deines Team ist. Ja. Die sind ja links, glaube ich. Ja, ich wollte erst mal von Demo weg, ohne dass ich dazu... Oh, ja, sie. Ohne dass ich zu nah an die Menschen komme. Aber diese Marschall, das ist auch sehr interessant. Ich hatte ihn gefragt, bei der Justiz... Rechts. Sie. Ich hatte ja bei Justiz gefragt, hier nach Toiletten und Bankautomat und so, ey. Und der hat mich hereingelassen und ich habe auf den Westen gelesen und ich so, was machen eigentlich Marschall? Was ist das? Das ist interessant. Das ist der Justiz-Polizier. Also das ist nicht normale Polizier. Die machen irgendwie nur Justiz. Und die findest du interessant? Ja, richtig. Ich finde die so langweilig. Warum? Ich habe keine Ahnung. Das siehst du nur rum und besitzt die. Ja. Ja, okay, aber... Ich glaube, du könntest die bestimmt gut. Du kannst gut besitzen. Ja, sie. Das ist interessant. Also ich finde interessant. Naja, ich dachte, vielleicht findest du auch interessant, weil morgen Staatsanwalt ist. Dann könntest du ihn offiziell beschützen. Na, ich werde uns und überlegt, ob ich vielleicht Sekretärin dort werde. Oh, das ist auch gut. Sie! Die Justiz, die Justizkraft oder ich weiß nicht, wie die dort heißen. Ja, die sind Verwaltungs, ne? Sie, genau diese. Verwaltungsleuten. Sie. Aber da musst du auch gut deckst es, weil wir können erzählen. Ja, was sie ist. Ah, sah da. Ja, gut, aber vielleicht... Ich weiß nicht, wie langweilig ist, rechts. Sie, natürlich. Aber ich finde, also das mit dem Marschall, das überlege ich mir tatsächlich. Ja. Weil Polizier an sich hat mich jetzt nicht interessiert, aber so Justiz, warum nicht? Aber die machen auch... Aber die machen auch Gefangenis. Und ich weiß nicht, ob Gefangenis ist gut für mich. Und ich so nicht? Na ja, das sind ganz viele Kriminale. Soll ich auf die aufpassen? Soll ich sagen, ey, pass auf! Ja, richtig, ich sage, ey, pass auf, du warst böse, du gehst jetzt zurück auf dein Zimmer! Geh auf dein Zimmer! Das ist wirklich gut, glaube ich. Ja, es ist. Hier links neben dem Motorrad. Ja, es ist. Auf dein Zimmer! Du hast wieder eingesperrt, hä? Ich stelle mir eigentlich ganz lustig vor. Ich glaube auch, dass du da gut wärst. Das sind ein Marschall. Ja, richtig. Und den Kasa hat uns erklärt, wenn man in Behörde arbeitet, darf man nur einen Nebenjob haben und ich habe ja jetzt nur einen Job. Ah, okay. Ja, richtig. Das heißt, ich müsste eigentlich nur GT fragen und dann ich könnte das ausprobieren. Ja, richtig. Das wäre deine Möglichkeit. Ach see, das klingt ganz spannend. Ich müsste mal öfter mit denen quatschen nochmal, hä? Ich meine, die stehen ja da sowieso jetzt alle rum. Und morgen auch. Dann kannst du die mal ein Quatschen. Ja, morgen habe ich wahrscheinlich mehr Zeit. Da bin ich ja so vielleicht mit dem Foodtruck da. Dann spreche ich etwas mit denen. So, ich bin jetzt erstmal gespannt, was die in mir in die deines DSL-In. Wann waren wir hier am Dienstag? Ja, ich habe heute schon nachgefragt. Ich soll ja jeden Tag fragen. Sie können mich gerne besuchen. Ich habe nichts dabei. Dann würde ich Sie bitten, einmal kurz dort zu der Wand zu gehen. Zu die Wand. Perfekt. Haben Sie irgendwas Scharfes oder Spitzes dabei? No, gar nichts. Alles klar. Soll ich mal ganz kurz Ihre Hose abtasten? So, das sieht doch aber gut aus. Dann dürfen Sie gerne durchgehen. Perfekt. Ja, vielen Dank. Dann würde ich Sie auch nochmal ganz kurz abtasten. Genau, perfekt. Nichts Saft, nichts Spitz. Alles klar. Sehr gut. Dann würde ich nochmal ganz kurz nachschauen. So, okay. Perfekt. Dann dürfen Sie auch gerne durchgehen. Gracias. Entschuldigen Sie bitte. De nada. Mensch, manchmal. Ja. Sie können sonst zu mir kommen? Ja, ich bin tatsächlich nur Deko heute. Ich habe schon heute angerufen. Ach so, Sie gehören einfach nur zu der Dame. Ja, richtig. Und mir wurde gesagt, ich soll jeden Tag anrufen. Und das habe ich heute schon erledigt. Das heißt, wahrscheinlich, Sie können mir nichts Neues erzählen. Nee, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ja, wobei, wenn es sehr in der Nähe ist, vielleicht. Wir können drüber reden. Ich suche immer noch ein Urban Classic, aber ich wollte eigentlich in meinen Wohnungen bleiben. Ich wohne in Cougar Avenue 9. Also, ich wollte eigentlich in dem Haus bleiben. Ja, Cougar Avenue ist gerade nur ein Zimmer. Ja, das ist es. Woanders setzen wir einen. Genau. Ja, das ist die Frage, wo woanders ist. Wie weit weg das ist. Weinrutsch. Das ist schon etwas weiter. Gerade aus dem Stand. Ich muss es mal eben draussuchen. Natürlich. Also, Weinrutsch ist ja schon etwas entfernteren Nachbarschaft. Die Nachbarschaft ist total super. Ich liebe die Nachbarschaft. Ich will da nicht weg. Ich will nur ein größerer Wohnen. Oder wo das abgezogen wird. Warum mal eben abgezogen wird. Ja, es sind aber nur zwei in Weinrutsch. Das ist leider beides. Na gut. Ja, alle sagen, ich soll immer fragen, fragen, fragen. Machen Sie das auf jeden Fall. Ja, ich bleibe ja auch nicht. Aber im Extremfall, ich frage jeden Tag. Aber wie gesagt, heute, ich habe schon... Ja, natürlich. Aber heute, ich habe schon gefragt. Deswegen, alles gut. Der Rest ist dekorativ. Perfekt. Dann frage ich mal den Herrn hinter ihm. Natürlich. Ich habe natürlich... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich war gerade so schön, Dekoration. Und sie, dass die, eine, da wo ist die Frau, die hat die Sonne, ist in der Oberteil, ich wollte fragen, woher sie die Jagd hat. Da hinten. Wo? Da hinten, hinter dem mit dem Pinkeln. Ah, aber in die Büro, da kann ich jetzt nicht reinhören. Naja, sie wird ja wiederkommen. Sie ist ja bei dem Mann da zugange. Wie, dann warte ich mir ganz kurz. Ja, natürlich. Ich will fragen, woher sie die Jagd hat. Das ist total in Ordnung. Ja, natürlich. Ich habe ja auch am Anfang, als ich hier eingereist bin, ich habe jedes Mädchen angequatschte Klamotten mir gefallen haben. So habe ich auch ganz viele kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Ich habe immer ganz nett gefragt, Ola, ich bin Destina, wo hast du das her? Das ist voll hubsch. Ja, natürlich. So lernt man auch den Leuten kennen. Sie, Destina. Ja, richtig. Und guck mal, ich wurde gut beraten, ich war im Thriftjob, ich war in Tricks Empire, ich habe voll süßen Klamotten gefunden. Nur wenn ich den Leuten fragen, denen wird geholfen. Du musst schon deinen Lippen bewegen. Ja, richtig. Wer was will, muss was fragen. Kennst du auch diese John? Wer ist John? Riesda? Nein. Aber ich glaube, Betty Mackie, ne? Nein, das ist noch eine andere. Also? Wo haben wir schon mal getroffen? Ich brauche keine Ahnung. Ich merke mir keinen Männern aus, ich merke mir nur Mädchen. Ich brauche mir nicht, ich muss die Frau. Okay. Ah, wo ist Ihre Oberdeleherde? Ich will auch hören. Ich will es auch hören. Das war noch beim Afrodonis. Ach du, das heißt ein, den ist lange zu, hm? Ja, richtig. Ich weiß nicht. Ja, weißt du es. Weiß man denn, ob die Afrodonis auch wieder öffnet oder macht die auch so? Ja, voraussichtlich anfangen mit Jiri. Ah, cool. Genau. Also die haben nur, ich glaube, wegen Sortimentsumstellung und sowas gekauft. Das ist alles lange so. Haben sie auch heute gepostet. Ja, guck mal. Das ist zwei Wochen. Das kann man ja aushalten, ne? Genau. Aber die hatten das in mehreren Farben. Oh, das ist wirklich nett. Das ist ein Hubsch. Das ist Hubsch. Sieht ihn auch sehr gut. Sieht ihn auch sehr gut. Dankeschön. Okay. Okay. Merken wir uns am Afrodonis. Ja, kann es merken. Schönen Abend für Sie, hm? Ja, euch auch. Ciao. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Okay. Ich will meine Lieferung loswerden. Ah, es ist ihm. Wer weiß, wann wir uns ins Video abnehmen. Ja, ich muss mal... Lass mich einmal gucken. Hast du schon SMS-Gruppen gelesen? Du bist jetzt drin. Sie habe ich gelesen. Ja, du bist jetzt drin. Ich fand das total witzig. Die waren draußen, unsere Nachbarn, und wir waren drinnen. Das hat mich köstlich amüsiert irgendwie in dem Moment. Ja, richtig. Wann hat denn April eingetragen? Bis 20 Uhr. Ja, dann ist doch... Die ist doch mit dem Fudrack jetzt bestimmt schon fertig. Hi. Hola. Kannst du Lieferung noch annehmen? Weil Gigi geht nicht ran. Hola. Hola? Hast du mich verstanden? Äh, ich werde ich gleich machen. Ah, okay. Ja. Ja, Gigi geht nicht ran. Und wir haben den Speedo eigentlich schon vollgeladen. Und ich weiß ja nicht, wann uns den Karten gesperrt werden. Die werden ja irgendwann heute gesperrt, die Karten, ne? Äh... Meinst du jetzt die Lieferung? Von Sally's. Ja, richtig. Von Sally's. Die Karten, die werden ja irgendwann gesperrt. Dann können wir den Speedo ja gar nicht mehr fahren. Ich weiß ja nicht, wann die uns die Zugänge sperren, so, ey. Äh, no, gib mir bitte ne ganz kurze Sekunde. Ja, allen gut. Ich muss auch sowieso nochmal zu Sally's. Ich wollte nur fragen. Äh, ich... Ja, dann bleib mal bitte kurz dran. Okay, komm, Lola. Ich rede auf Headset weiter. Ja, richtig. Okay. Ich, ich sag dir, du brauchst ein Bluetooth-Headset. Du hast immer die Hände frei. Ach, ja, alles gut. Ja, ha. Müsst du noch an die Telefon? Natürlich. Die Frage ist halt, das ist schön und gut, dass wir die Sachen halt, äh, aufkaufen, ne? Ja, gut. Ansonsten, sie wandern auf den Müll, das ist auch in Ordnung. Wenn du jetzt sagst, das ist viel zu viel, dann... Ah, no. Das Ding ist halt, ich weiß literally gerade nicht, wohin damit. Ah, den Lagerplatzen ist so voll. Genau, das ist halt gerade viel mehr das Problem, weil ich geh gerade überall alles durch. Warte, Lola, mein Helm. Äh... Ja, gut, dann nehmen wir das, was wir lagern können und dann wandert der Rest halt auf den Müll. Dann ist das so, ey? Äh, ja, dann würde ich das, äh... Ich gehe nochmal kurz draußen ans Lager gucken. See. Okay, ja, wir fahren sowieso erstmal zu Sully und dann, äh, müssen wir auch sowieso es wiederholen. Und ich bin ja, äh, mit dir verbunden. Was? Ich sag, ich bleibe mit dir verbunden, während ich zu Sully fahre. Ja, ja, ja. Okay, ähm... Ja, kommt erstmal her. Ich hab... Also, ich lasse noch kurz hier beim Rucksack. Ja, alles gut. Also, wir nehmen, was wir können und dann... Genau. Kannst du ja... Ich, äh, du hast diese in Rechnung schon angelegt, ey? Ja. Okay, dann kannst du ja... Kannst du ja die Zahlen reduzieren. Genau. Ja, richtig. Dann gucken wir, wie viel dann noch drin ist. Ja. Ja, gut, dann der Rest geht halt auf den Mühl, das ist dann so, ey. Ja. Aber ich hab halt an die Safe-Song gedacht und dachte, ey, pass auf, bevor alles wegschmeißen, wir nehmen noch, was wir brauchen. Ja, ja. Also, im Prinzip... Ja, natürlich. Nein, aber im Prinzip, es ist ja 99% Rabatt, also... Es wird nicht billiger. Wir haben den Kunden, äh, die ganze Zeit 99% Rabatt gegeben. Ja, ich würde tatsächlich auf Nummer sicher gehen. Ja, dann mach 75. Ja. Nicht, dass wir am Ende Ärger mit dem, äh, Kaser kriegen, weil die sagen... Also, sie haben uns gesagt, bei den Kunden können wir 99% geben. Bei Gastro, äh, hab ich jetzt gerade keine Information. Dann mach 75, das ist in Ordnung. Ja. Also, mir ist egal. Ja, okay. Nein, das ist ja total in Ordnung, ey. Dann überweisen wir der Form halber nochmal an das Geschäftskonto und dann ist gut. Genau. Äh, dann, äh, ich bin bei die Fallengang, ja? Ja, willkommen gleich. Was? Äh, ich kann nicht auflegen, ich bin auf Bluetooth. Ciao, ciao. Ciao. So. Ich sag dir, du brauchst so ein Headset, das ist genial. Hunter und Nancy haben die Dinger 24 Stunden angehabt. Ja, ich seh, aber die sind auch so viel am Telefonieren. Ja, richtig. So viel muss ich gar nicht. Aber ich kann währenddessen arbeiten, ich kann währenddessen Auto oder Roller fahren, das ist gar kein Thema. Und das Schöne ist, mit meinen Haaren, man sieht das Headset fast gar nicht. Es kam also auch noch keiner auf die Idee, dass er mir das klauen will. Und selbst wenn, die Dinger kosten 75 Dollar, also, come on. Das gebe ich auch freiwillig ab. Ah, no, aber ich glaube nicht, dass ich die brauche. Ja, okay, ich sag dir, es macht dein Leben besser. Und für 75? Ich muss gar nicht so viel telefonieren. Ich telefoniere sehr viel. Ich hab mir das bei Hunter und Nancy abgeguckt. Sofort Headset gekauft. Die haben mich sogar noch mitgenommen zu Digital Den. Ah, sie. Richtig. Oh, Synchronöhrens. Au. Wie Profi. Ja, als hätten wir das den ganzen Tag gemacht. Ein, mir jetzt wird gerade etwas geschrieben, wegen Dila Katrina. Ah, okay. Könnt ihr jetzt doch öffnen, oder nicht? Oder wie, oder was? Nur wegen einer Zugangskarte. Ach so. Wenn ich neuer. Kannst du baden? Natürlich. Natürlich. Ach, Syn, dann können wir den Lebensmittel noch zu Safe Zone bringen. Das ist doch gut. Besser als alles auf dem Müll. Aber ich... Was hat die jetzt gerade mit dieser Prozente besprochen? Naja, die April sagte, sie hat gar nicht so viel Lagerplatz. Sie kann wahrscheinlich gar nicht alles nehmen. Ah, okay. Und dann hab ich gesagt, ja, aber nimm alles, was du kannst. Wir haben 99% Rabatt. Aber sie sagte, lieber auf 75, damit Kasa nicht meckert. Und ich hab ihr erzählt, naja, den Kunden, wir durften 99% Rabatt geben. Aber sie ist sich da unsicher und sie möchte lieber bei der Gastro mehr zahlen, quasi. Damit kein Ärger mit Gewerbeamt bekommt. Ja, richtig. Also, sie macht jetzt 75% Rabatt. Ja, okay. Ja, es ist. Man, diesen Blinkerhebel erklemmt etwas. So, jetzt. Ja, okay. Amen. Ah, sollen wir die mitfragen helfen? Sieh, wenn die April irgendwie weiß, wohin damit, dann natürlich. Aber ich habe noch gar keine... Manus, ich kann die Lage aufmachen. Hola! Hola, April. So, viele schöne Sachen. Hola! Was hast du denn jetzt gerade im Rucksack? Da ist noch Wasser drin. Ich weiß nicht, ob wir wollen oder brauchen. Okay, ja, dann mach wir nach der Reihe, ja? Ja, erst mal Wasser. Okay. Ich... Wo ist die andere? Der andere war in der Küche, den habe ich vergessen jetzt. Aber wir haben hier auch noch zwei in der Küche. Ja, okay. Ich bin bewacht. Also, lass uns mal schauen. Wie viel Wasser... Wie viel Wasser... Ich habe... Ja, genau. Ich kann dir sagen, wie viel ich habe und dann wir können gucken, wie viel Platz richtig. Äh, zwölf, vierundzwanzig, achtundvierzig. Also, im Prinzip, ähm, zwölf ganze Flaschen. Äh, zwölf Flaschen oder zwölf Sixpacks? Ja, so Sixpacks, richtig. Äh, zwölf... Ja, die passen rein. Okay. Dann, äh, zwölf mal sechs müssen merken, weil ich weiß... Ja, die steht ja, das steht ja schon in der Bestellung drin. Achso, ja, das sehe ich ja nicht. Ich habe die Bestellung tatsächlich noch gar nicht gesehen. Achso, du hast doch sie geschickt, die Sachen. Äh... Ja, aber Wasser war nicht dabei. Ach, Wasser war nicht dabei. Richtig. Brauchen zwölf mal sechs. Zwölf mal sechs, ja. Okay. Äh, ich habe die Skiesta. Dann trage ich das kurz dazu. Sehr gut. Und ich packe schon mal. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf mal sechs. Passt perfekt. Dann ist aber noch Kartoffel. Ich trage es direkt rein in die Liste. Ich habe noch Kartoffel. Wolle Kartoffel? Ja, muss wir gucken. Ja, ja. Wir können die Anzahl ja reduzieren entsprechend. Ja, Rüssis. Kartoffeln müssen beim Gemüse sein. I guess. Ist ein Gemüse. Du meinst die Kartoffeln? Die sind draußen, oder? Ach, ne, hier sind auch Kartoffeln. Äh. Ich habe Erdbeeren, wenn die passen. Ich habe vier, sechs, ach, siehs. Achtzig. Okay, dann. Tun wir vier vor zwanzig, können die hier schon mal rein. Okay. Fertig? Ich packe hier hinten Milch rein. Muss ich dir die Anzahl sagen? Ich glaube, Milch war nicht dabei. Ja. Milch war nicht in Bestellung. Die habe ich eben spontan gefunden, die Milch. Wie viel Milch hast du denn? Äh, sechs, zwölf, achtzehn. Passt denn so viel überhaupt rein? Äh, 23. Weiß ich nicht. Passt denn das rein? Ja, machen voll und dann reduzieren die Anzahl einfach. Okay. Ja, wir können im Notfall die Anzahl immer noch reduzieren, dann kommt es halt auf den Müll. Aber ich habe halt alles für die Safe Zone noch gerettet, was zu retten war. Ich weiß ja, was wir kochen. So, und jetzt habe ich hier noch ein paar steigende Erdbeeren. Das ist halt die Frage, wohin? Hier, ich muss nach der Reihenfolge, bitte. Alles gut, wir haben Zeit. Okay, also. Hi. Erdbeeren. Ich muss immer kurz zur LaCatrina. Ja. Ich bleib bei dem Auto. Ja, hier ist voll. Die Lola muss los, ich gehe zurück zum Auto. Also kleiner Kühlschrank. Okay. Was ist Lola? Ja, ja. Ja, aber irgendeiner muss ja trotzdem da bleiben. Sie, natürlich. Ja, ich bleib. Ja, alles gut. Ich bleib beim Auto. Okay. Alles gut. Okay. Adios. 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 Ja, ich bleib. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, ich nehme erstmal alles raus und dann gucken wir, was wir nehmen und der Rest ist dann weg. Das ist okay. Und wenn das Social Center noch was möchte, sie müssen sich beeilen, weil jeden Moment kann unsere Karten gesperrt werden. Also irgendwann an irgendeinem Punkt wird ja das Gewerbeamt unsere Zugänge blockieren. Heute. Am besten nicht vor Mitternacht, aber ich hoffe. Ja, man weiß nicht. Ja, ich sag mal so, wenn die in fünf Minuten die Karten blocken, dann muss das hier abgeschleppt werden, ne? Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Weißt du, warst du schon mal bei diesem Happy Scrappy da? Bei diesem Schrottplatz? Ähm, nee, noch nicht. Weil ich, ähm, weil ich, äh, ein, ein, ein Nachbarin sagte, die, die, äh, Autos sind da etwas billiger. Weil sie sind halt gebrauchten Autos. Ja, gut, wenn das ein Schrottplatz ist, ähm, vielleicht machen die sich da ein Hobby draus, die Fahrzeuge, die verschrottert werden sollen, grad wieder neu aufzusetzen. Ja, Rissis. Und dann ist vielleicht billig. Weil den, äh, Isi kostet 12.000 Noi, das ist viel Geld. Ich wollte mal bei diesem Schrottplatz fahren. Boah, das war so ein Freischalt, dass... Aber magst du Bescheid sagen? Dann fahr ich mit dir hin. Ja. Ja, natürlich. Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob jetzt offen ist. Aber das war so ein Freischalt. Das kann ich auch ehrlich gesagt nicht. Äh, warte mal. Allen gut. Noch Kartoffeln. Äh, bist du hier im Schrank? Ich, äh, mache gar nichts, bis du fertig bist. Ja, ja, dann lasse ich ihn offen. Ich dachte nur, ich weiß nicht, ob du da dran wolltest. Ich muss in den Land. Ja, okay. Ich bin ein bisschen überfordert, okay? Ja, nee, alle gut. Und irgendwie bin ich auch im Zeitdruck und irgendwie bin ich nicht im Zeitdruck. Ich hab gleich Schicht und ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Allen gut. Ich mach keinen Stress. Ich wollte nur sagen, es war ein Freischer, dass jemand deinen Roller um die Ecke geschoben hat neulich. Aber das passiert öfter an unserem Haus. Die nehmen den und schieben den. Ich hab zwei Sekunden gedacht. Alter, ich bereue es, dass ich dir meinen Roller gegeben hab. Aber auch nur zwei Sekunden. Einen wunderschönen guten Abend. Ne, nett Udena hier. Ich hab ne kleine Frage. Ähm, wir sind, äh, gerade dabei, dass Sally's in irgendeiner Form aufzulösen und wir haben noch ein paar Lebensmittel übrig. Und wir wollten fragen, ob ihr was gebrauchen könnt, ob ihr euch was vorbeifahren könnt. Also wir haben noch so ein paar, äh, Träubchen, ein paar Erdbeeren und sowas. Und, äh, bevor wir nachher irgendwo auf einem Müll landen, haben wir gedacht, wir rufen euch an und fragen euch, ob ihr noch was haben wollt. Okay. Okay. Seid ihr vor Ort? Oder seid ihr unterwegs? Okay. Hm. Ah, die Blaubeerschen kann ich noch nehmen. Die hab ich auch im Rucksack. Mhm. Ja, ich hab jetzt alles genommen, was wir anlagern können. Ach so. Äh. Das war literally alles, weil wir haben... Ach, schade. Vanille ist voll? Ja. Okay. Das heißt, wir haben noch Orange, Kirsche und Blaubeere. Oder soll ich sie gleich wieder reintun? Äh, kannst du wieder reintun. Okay. Ist da nicht wohin? Safe in Social Center hat gesagt, sie nehmen's. Okay. Okay. Also Orange... Wir können auch direkt vorbeifahren. Ja, sehr gut. Äh, Orange, Blaubeere und Kirsche ist auch noch in dem Rucksack. Ich schmeiß den Rucksack einfach so dazu. Ja. Der gehört ja sowieso zu Sally. Ich hab die Tasche leer gemacht und bring ihn weg. Ja. Der Rucksack ist ja sowieso von Sally, also... Okay. Ja, schön. Ähm, hast du die Anzahl reduziert entsprechend? Ja, hab ich. Okay. Haben wir geliefert eingetragen? Äh... Hola, mein Name ist Destina. Ich habe geliefert. Brauchst du meinen Ausweis? Nein. Okay. Äh... So, ich würde jetzt grad noch mit dir mitfahren, weil ich die jetzt angerufen hab. Ja, okay. Ähm... Dann bist du mir nämlich... Beim Driftjob nicht. Ah, okay. Also beim Driftjob relativ in der Nähe. Dann bist du mir nämlich einen Schritt voraus, weil ich weiß nicht ganz genau, wo ist. Ja, kein Problem. Wir müssen dann aber los, weil ich hab nicht so lang Zeit. Ja. Leider. Ich muss nur hören, ob geliefert ist. Ob alles... Okay. Ja, es ist geliefert, aber die neue Rechnung muss dann rausgeschickt werden. Naja, ohne CEO, ähm, ist nichts mit Rechnung, ey. Deswegen einfach... Nee, weil, nee, äh, Ellie hat die Rechnung schon rausgeschickt. Okay. Okay. Aber die ist veraltet. Okay. Okay. Regelst du das? Genau, ich regel das. Okay, gracias. Können wir morgen den Foodtruck nochmal zur Demo fahren, oder nicht? Äh, ja. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Okay. Ja, dann die Nino hat es eilig. Okay. Na, dann trage ich mich nachher ein. Mach das. Ciao, schönen Abend. Tschüss. Ah. Nee. Okay. Findest du viel Spaß, oder so? Danke. Tschutschu. Oh, ich hab's dir. Hast du's schon? Auf dem Navi ist es drauf. Ja, ungefähr, ich finde, aber... Warte. Hallöchen. Ja, genau. Vom Sallys. Wir sind gerade schon auf dem Weg zu euch. Wir werden jetzt, äh, würden jetzt zu eurer Spritzpunkt fahren. Zu eurem Gebäude fahren. Okay. Äh, wenn ihr ne Tasche habt, am besten schon mal ne Tasche bereit halten. Okay. Ja, kein Problem. Ja, wir sind unterwegs. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Ciao. Und nachher wieder Security? Äh, ja. Ich habe eben eine... Deswegen... Ich habe eben etwas ganz Spannendes erlebt. Wir waren kurz bei dieser Demo, hä? Und, äh, ich wollte jemanden fragen nach, äh, Bankautomat und Toiletten, hä? Und der hatte so ein Polizeiuniform. Und deswegen, ich hab ihn einfach so gefragt. Und, äh, aber dann auf seinen Westen stand Marshall. Und ich denk mir so, okay, ich frag jetzt auch einfach, was ist ein Marshall? Und scheinbar, das ist eine, äh, äh, Justizpolizei. Ja, die US Marshals, da war tatsächlich Überlegung, ob ich das auch mache. Aber... Ja, ich überlege jetzt auch. Das klingt total lustig. Mit Gefangenen... Ja, aber du darfst, du darfst keine, ähm, anderen Jobs daneben bei haben. Ach so. Ach, ja, ich wollte gerade sagen, die Casa hat einen... Weil das eine staatliche Einrichtung ist. Aber einen geht doch, oder? Deswegen kam diese... Ja, weiß ich nicht. Also, es kommt natürlich drauf an. Und du musst halt Mindeststunden leisten. Ah, zarte. Ich hab ja alleine hier bei Merryweather sechs Stunden in die Woche, die ich leisten muss. Ja, wisst ihr. Ja, und Safe Zone ist jetzt drei Schichten, ne? Gigi möchte gerne drei Schichten. War meine letzte Info. Ja, ich muss gucken. Also, diese Woche war es für mich echt schwierig, in der Safe Zone zu arbeiten. Einfach, weil ich zeitlich irgendwie so... Ja, natürlich, wenn du bei... Wenn du bei Merryweather sechs hast und bei Safe Zone, was ist das? Äh, drei, vier, fünf, dann sind das ja schon zehn. Ja, das ist aber nicht das Problem. Ich hatte... Ich kam nur diese Woche immer später erst aus dem Haus raus, weil ich noch so andere Dinge erledigen musste. Nee, verstehe. Wann ist das immer so ein bisschen... Ist das eine gute Idee, hier durchzufahren? Ich glaube nicht. Ja, ja, fahr hier. Achso, da. Oh. Das sah mir sehr suspekt aus. Ja, fahr lieber hier links. Ja, der Nachbarschaft sah mir nicht so... Weißt du? Ich kenn mich im Suden nicht gut aus, aber das wirkte schon unheimlich. Lieber Hauptstraße als irgendein... Ich hab da tatsächlich gerade nicht drauf geachtet. Ich weiß gar nicht, warum der Navi uns da durchschicken wollte. Ja, ich sag ja, das sah sehr suspekt aus. Da wohnen ganz viele Leute und die standen da alle rum und äh... Da möchte ich nicht durchfahren. Hier, hier rechts... Da steht jemand. Ja, genau. Da steht jemand. Mit Taschen. Da müssen wir hin. Hola. Grüßendies. Hallo. Ich bin der Sina. Einen Sekunden... Ja, einen Sekunden. Ich muss mich doch ausweisen bei Lieferungen. Okay. Bittes Ruhm. Ja, dann... Außer Dienst, weil letzter Tag. Wir räumen nur noch leer. Ja, das ist... Wir freuen, dass wir was bekommen und das ist leider kein so schöner Grund. Ja, es ist in Ordnung. Der Rucksack ist auch pickepacke voll. Ich kann den nehmen, wenn du mir sagst, wo ich das hinbringen soll. Okay. Also, ihr habt noch ein paar Sachen... Okay. So, geht's nur um den Rucksack oder auch um... No, no, den Rucksack nehme ich. Das ist... Da ist auch noch was drin und äh... Bedient euch an allem, was da drin ist. Richtig. Nehmt was ihr wollt. Okay. Dann... Ich packe erstmal meine Tasche voll, dann können wir gemeinsam laufen. Mhm. Also, in dem Rucksack, zu deiner Info, es gibt Orangen, Kirschen und Blaubärchen. Und die restlichen Blaubärchen, die würde ich auch noch kurz in eine Kiste packen. Oh. Oder auch nicht. Ja, da war ich schneller. Ja, dann hast du eine Blaubärchenkiste genommen. Das ist in Ordnung. Ähm... Braucht ihr Erdbeere, Vanille, Kaffeebohne? Ich kann noch zwei Kisten Erdbeere nehmen. Vanille ist, glaube ich, eher weniger bei uns gefragt. Okay. Also, ich kann noch zwei Kisten Erdbeeren nehmen. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, Erdbeeren kriegen wir auf jeden Fall. Die kann man ja auch so essen. Ja, das ist... Okay. Okay. Ich habe mir auch noch zwei Härtchen in die Hand genommen. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, wir sind fertig. Ein Problem. Ich überlege noch so. Ich glaube noch so. Das ist immer von der schnellen Sorte. Dann muss man flott sein. Ja, ich bin immer von der Sorte, der ihr Auto ganz schnell wieder abschließen möchte. Okay, also die Vanille würde ich euch lassen, weil ich glaube, da können wir recht. Ja, das ist in Ordnung. So, ich wüsste nicht, wer... Also, das ganze Obst kann man noch so essen. Ich parke die bei mir zu Hause und wenn wir nochmal Vanille brauchen, die wird ja so schnell nicht schlecht, dann können wir hier... Ja, das ist genau. Ja, das ist genau. Dann können wir einmal zu uns rein. Okay. Alles zugeschlossen? Ja. Er weg. Ich sage ja, ich bin von der Sorte, die immer ganz schnell abschließen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Buenas tardes. Hallöchen. Oh, ihr habt einen Sündenhof. Ja, wir haben viel Platz hier. Oh. Ist das ein Brunnen? Oder ist das so ein Denkmal? So ein Denkmal. Ist aber auch ein ganz kleiner, ein kleiner Platz und könnte nicht los. Okay. Ich war hier noch nicht drin, ne? Ist auch nice. Aber ich habe einen von den Personas bei Bright Event getroffen. Aber ich habe ihren Namen leider vergessen. Von der Senora. Dürfen wir einfach an den Kühlschrank dran? Ja, könnt ihr einfach ran. Müssen wir ein bisschen noch Zeug zusammenschacken. Ja, ich glaube, wir verstehen euer System, wenn wir es sehen. Oder auch nicht. Hm. Wohin wollt ihr Früchte haben? So einfach irgendwie reinpacken. Ich würde sagen, wir machen es nach unten, oder? Okay, machen wir das andere drücken. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe jetzt die Erdbeeren unten einfach mal in die unterste Fach gestanden. Ah, sehr gut. Mh. Wir müssen jetzt schon einfach so vollpacken, wie es ist. Ja, ich packe noch den Gierschens daneben. Ich fange ja auch unten an. Gierschen. Bitte schön. Äh, Blaubärchen. So. Vielleicht, ihr müsst das später noch ein bisschen systematischer. Ja, so irgendwie. Irgendwie, ich mache die Regale voll. Das passt schon. Genau, falls ihr keinen Platz mehr habt. Wir haben noch ein zweites Frick haben, wie wir es auch noch reinpacken konnten. Mh. Mh. So. Also, ich glaube... Ah, ich hatte... Ach, verdammt. Okay. Ich sortiere noch. Äh. Tut mir leid. Ich mache jetzt in Ordnung rein. Kein Problem. Ein Problem. Ich habe vergessen, dass ich noch Erdbeeren hatte. Einfach so reinpacken, wie es passen kann. Ja. Ja. Okay. Also, dann ich habe alles. Genau. Also habt ihr alles jetzt reingemacht? Richtig. Yep. Okay, dann passt alles sogar in einen Schrank rein. Das ist ja überragend. Hast du gerade auf, weil ich ihn eh gleich sortiere? Äh, sie. Warte. Ich nehme den Rucksack mal gerade so locker. Okay. Ich habe auch mal einfach in die Hand. Ja, richtig. Leerer Rucksack ist okay. Ja, gut. Ihr seid ein... Wollt ihr hier umschauen, oder? No, ähm, ich... Ihr seid... Ich muss gleich arbeiten, tatsächlich. Ja, und ich bin tatsächlich gerade nicht informiert, weil ich bin nur eine kleine Servicekraft, aber ich glaube, dass ihr... An euch, man darf spenden, ne? Genau. Ihr seid ja Social. Okay. Genau. Es geht wieder alles, dann raus. Ja, nicht, dass jetzt hinterher Gewerbeamt und die Ecke kommt und sagen, oh, 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 Destina, du hast Lebensmittel verschenkt. Du hast übermorgen einen Termin beim Staatsanwalt. Ja, okay. Ja, ich trage es... Also, wir haben noch ein... Ein bei uns, dass wir was bekommen, wenn wir es rausgehen. Ah, okay. Ja, okay. Weil, naja, gut. Es wäre halt sonst auf dem Mühl und wir sollen das... Wir sollen den Laden ja nun mal auflösen, aber, äh, ja. Ja. Ich denke, euch... Ja, richtig. Und ich denke, Social Center schenken, dann sagt dem Gewerbeamt auch nix. Genau. Ich sehe auch gerade hier beim Spendeneingang Lebensmittel und so. Ja, okay. Also, wir haben mehr, wenn ihr mehr wollt. Ja, das ist gut. Ihr könnt gerne gucken kommen. Es muss halt immer so was sein, wo wir halt weitergeben können. Ja, pff. Also, noch ist was da. Ich sag mal so, hä? Es kommt ja unter anderem, was es ist. Weil, wie gesagt, das können wir jetzt alles recht gut weitergeben an die Leute. Das sind Früchtchen. Genau, Früchte. Die... So kommen wir übrigens was. Ups. Also, es ist noch einiges da. Oh, warte mal. Das ist ein dienstliches Gespräch. Hi. Du denkst aber daran, dafür eine Bestellung aufzumachen, ja? Ich dachte, den Social Center darf man schenken. Ja, natürlich. Aber du musst trotzdem dafür Buchhaltung machen. Okay. Ja, dann müssen wir nochmal zählen. Also, Bestellung dann als Spender und dann kannst du ja alles auf Prozent auf 100. Ja. Kannst du ja machen, aber du musst trotzdem noch gute Haltung machen. Okay. Okay. Mache. Okay. Okay, tschüss. Ciao. Ich sehe, wir haben Kaffeebohnen hier. Kaffeebohnen. Also, wir könnten sogar die Kaffeebohnen noch nehmen. Wir müssen nachher tatsächlich nochmal durchzählen, weil wir haben jetzt spontan noch keine Auslieferungsliste gemacht. Ihr könnt doch jetzt noch direkt durchzählen. Ja, richtig. Ja, richtig. Das würde ich gerade kurz machen. Aber es ist alles noch in diesem einen Kühlschrank, ey? Genau. Ich bin nicht umgestellt. Okay. Ja, dann zähle ich gerade mal. Kannst du mir das etwas zurechtschieben, dass ich besser zählen kann? Moment, ich mache mal die Kirschen ganz nach oben. Ähm. Einen Moment noch. Oh, da sind ja noch Kirschen. Ja, ich sage ja, deswegen am besten aufräumen, dann kann man zählen. Wir haben das natürlich jetzt auch alle durcheinander geworfen. Ja, ich warte bis du fertig bist, alles gut. Gar kein Stress. Oh, also bis zu den Orangen ist das sortiert. Das war jetzt eine sehr spontane Lieferung, deswegen wir haben noch nicht quasi die Abstriche gemacht, ey? Wie sagt man? Abschreibung. Ja, richtig. Wir müssen scheinbar auch noch abschreiben, obwohl der Laden in ein paar Stunden zu ist. Ja, bis zum Ende. Bis zum Ende muss die Buchhaltung stimmen, ganz genau. Ist ja alles akkurat, ey, bei diesem Gewerbeamt. Mhm. Ja, richtig. So akkurat, dass sie einfach alles spontan schließen. Ja, aber die Buchhaltung muss trotzdem stimmen, wenn der Laden geschlossen wird. Keine Ahnung. Es war eine... Von sich ist jetzt alles, als alles liegt bei Ihnen. No, es war eine Arbeitskollegin und sie ist etwas vorsichtig, lieber zu vorsichtig, als dass hinterher wirklich die Staatsanwaltschaft um die Ecke kommt und sagt, oh oh, nicht einfach Essen verschenken. Für guten Zweck. Das geht nix. Das muss dokumentiert sein. Ja, keine Ahnung. Alles dokumentieren. Wir tragen es auch bei uns. So ein Eingang wird auch dokumentiert. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, sind hundertundsechzehner Bäckchen, Girschen, Kartoffelboxen, zwei, vier, Kartoffeln. Äh, das ist China. Okay. Ich werde jetzt abgeholt. Okay. Ja, ich weiß. Danke dir für deinen Hilfen. Ciao, ciao. Zero, zero, vier, sechs, acht, äh, orange, plus eins, acht, eins, orangechen, äh, erdbeerschen. Oh, okay. Erdbeerschen. Der Ursaft war von euch, oder? Ja, ich weiß nicht, wo der herkommt. Es war nur, äh, also nur die Bären. Ja, okay. Der wurde zwischen reingepackt, weil ich sonst keinen Platz mehr hatte. Nur, alle gut, alle gut. Ähm, das sind zwei, vier, sechs. Hundertfünfundzwanzig von die Erdbeerschen. Oh, da könnt ihr ganz tolle Säfte draus machen und sowas. Habt ihr ein Saftfressen? Ich richtig gesehen, habe ich gerade im Schrank eine Saftfresse gesehen. Ja, gucke mal. Da haben den Leuten ja was zum Trinken. Äh, oder im Zweifel, wie schon richtig gesagt, man kann die, äh, auch sehr, relativ roh essen, die Früchte. Einmal abwaschen. Ja, richtig. Natürlich. Zwo, vier, sechs, acht, zehn und siebzehn. Hundertund siebzehn Blaubärchen. Okay. Den Rest, ähm, bringe ich zurück. Also, wie gesagt, wenn ihr noch Interesse habt, ähm. Ja, dann geben wir Bescheid. Ja, aber bitte schnell sein. Weil spätestens um Mitternacht der Laden ist gerammelt zu. Ja, ähm. Genau so. Wir geben Bescheid, also ich frage die Kollegen noch, also was habt ihr noch da? Äh, ich habe auf jeden Fall Zitronen gesehen. Ich habe Paprika gesehen. Äh, dann müsste ich überlegen. Am besten ist es vor Ort zu gucken. Also. Hola. Hola. Also am besten vor Ort checken. Es sind auf jeden Fall irgendwie rohe Früchte auch noch, oder Gemüse. Ja, ich glaube langsam unsere Schränke sind halt voll so arg, die können wir jetzt auch gar nicht mehr nehmen. Ja, allen gut. Also, der Rest wird, also das Casa wird euch das vielleicht auch liefern, so, eh. Wahrscheinlich. Ich bin ja nicht sicher bei dem Casa, was ich bisher gehört habe, ob die das liefern. Ja, weiß ich nicht. Also, es ist ja die naheliegendste Idee, dem guten Zweck noch was zu geben, bevor man wegschmeißt. Ich finde es halt, wenn die ganzen Läden jetzt eh zumachen, noch Rester. Ja, natürlich. Verschwendung, wenn man es wegschmeißt. Ja, natürlich. Also wir haben halt geguckt, dass wir heute generell die Gastros und das Social Center halt noch anfahren. Wir machen, wir machen den Laden nicht mehr auf, so, für Kundschaft, sondern wir haben gesagt, wir verteilen jetzt den ganzen Essen an Gastro und Social Center. Ja, also auf jeden Fall. Das war die Idee. Lebensmittel sollte man sich unbedingt verschwenden. Ja, richtig. Deswegen, also, das war ja auch der Plan. Heute nix, äh, nix für Kunden, sondern halt für alle anderen. Das war halt auch alles, glaube ich, ein bisschen kurzfristig, wenn ich es richtig mitbekomme. Ja, natürlich. Wir haben... No, gar nix. Wir haben am Sonntag erfahren, dass wir geschlossen werden. Und jetzt hatten wir noch fünf Tage, sozusagen, um was zu machen. Äh, ohne CEO wohlgemerkt. Also, CEO ist dann weg gewesen, oder was war da? Ja, richtig. Ähm, das stand ja auch schon bei Alice Observer. Hast du diesen Video gesehen? Ich habe immer nur so ein bisschen überflogen. Ja, genau. Wenn du dir diesen Video anguckst von Alice Observer, wo die über die Unternehmensschließungen sprechen, sie zitieren auch tatsächlich ein E-Mail. Und, ähm, das war tatsächlich so. Weil, äh, Hunter und Nancy, äh, das Sally Siesta, das war sozusagen ihr ganzer Lebensinhalt. Die haben 24 Stunden für diesen Laden, äh, sozusagen gearbeitet. Die hingen ja auch nur am Telefon. Und als das Gewerbeamt gesagt hat, ja, pass auf, by the way, wir schließen euch, weil wir sind heute Morgen mit dem linken Fuß aufgestanden. Ähm, sie haben gesagt, sie wollen keine Minute länger auf diesen Insel bleiben. Sie haben quasi ihr ganzes Leben zerstört. So ihren... Ihr Baby. Ja, es... Es war richtig. Es war... Es war quasi ihr Baby und, äh, wir waren eine kleine Familie und dementsprechend... Sie waren sehr, sehr, sehr empört. Alle. Ja. Ja, verständlich. Also, wenn man sich da wirklich was aufbaut über Jahre und dann... Richtig. Wir waren ja auch ganz kurz vor dem dritten Jubiläum. Wie der Bus. Der Bus hatte neulich drei Jahre und Sallys hätte nächsten Monat drei Jahre gehabt. Oh, okay. Das ist nochmal extra hart. Ja, natürlich. Ich sag ja, das war ihr Baby, ne? Ja. Echt schade. So was aktuell grad passiert und da startet also, man kriegt bei vielen mit. Die Stimmung ist ja... Ja. Also, ich bin jetzt nicht, äh, extrem empört, so. Ich werde nicht morgen obdachlos sein. Es ist alles in Ordnung, ey. Ich hatte einen zweiten Job von vornherein und, äh, es ist... Ich finde es auch immer richtig, ein zweites Standbein zu haben, so. Weil so Sachen können passieren, deswegen, ich bin jetzt nicht so, dass ich da, äh, irgendwie jetzt einen, einen, einen Hass schiebe oder sowas. Ähm, aber ich bin einfach traurig für Hunter und Nancy, so. Das, das hat mir richtig leid getan. Ja. Kommt halt immer darauf an, wie lange man auch dabei ist, also. Ja, ich war jetzt noch nicht lange dort als Servicekraft, so, aber selbst in der kurzen Zeit, ich hab gemerkt, es ist ein schöner Familien und, äh, ich habe mich tatsächlich auch diese Nacht in das Bett geweint, ey, also. In dem Moment, wo sie die, in dem Moment, wo sie die Treppe runter sind, in diese Flughafen Rall herein und, äh, ja. Sie wirkte nicht so, als ob sie Bock hätten, wieder zu kommen, ähm, schwierig. Ja, es ist manchmal echt schwierig, also. Ja, richtig. Aber wir haben ihnen versprochen, wir machen noch jeden Tag auf und wir haben, äh, Montag bis Donnerstag tatsächlich noch den Betrieb brummen lassen. Wir haben halt geguckt, dass wir so viel wie wir können kochen und den Leuten halt noch anbieten, ne, dass die Leute noch ein bisschen in dem Laden Zeit verbringen können. Und dann, wir haben gesagt, für den letzten Tag, äh, halt Gastros und, äh, Social Center. Was dann jetzt noch nicht weg ist, da können wir auch nichts mehr machen. Also, wenn ihr nichts mehr nehmt, dann weiß ich auch nicht, was damit passiert. Dann haben wir alles getan, weil Hunter und Nancy, die wollten das auch so. Und, ähm, das machen wir dann auch gerne. Ja. Also, wie gesagt, ich hab ja auch gesehen, dass ihr jeden Tag gar nicht aufratet, also. Ja, richtig ist. Es gab ja einige, wollt zum Abschied wirklich regelmäßig aufraten. Ja, richtig ist. Ist halt auch schade für uns, weil wir haben ja immer so Meet & Chats und, äh, es war halt auch einer von den Partnern, wo wir ab und zu warten. Ähm, schade. Naja, gut. Na ja, gut. Der Partner sind weggefallen. Ja, ich weiß. Es sind so viele Läden, die davon betroffen sind. Ja, das ist wirklich traurig, wenn man so Ventures sieht. Jeden Tag eine andere Meldung. Ähm. Weißt du es. Okay. Ich muss das Auto wegbringen, weil wenn das, äh, Gewerbeamt uns den Karten sperrt, dann müssen wir das abschleppen. Ja, genau. Okay, dann. Richtig ist. Äh, ja. Das will ich ja jetzt auch nicht, dass ihr das abschleppen müsst, nur weil das Gewerbeamt mir den, 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 nicht den Führerschein, den, äh. Ja, die Karte sperrt. Ja, die Schlüsselkarte. Richtig. Ja, das wäre ja noch schöner, wenn die mir den Führerschein sperren. Also, das wäre ja noch lustiger. Ja, es ist. Ja, es ist. Ne, allen gut. Äh, einen schönen Namen für euch und, äh, bis dann, ne? Okay, gut. Okay, ciao. Adios. Buenas noches. Adios. Okay. yse. Okay? Judge. Dayki. Danke. Judge. technically ъ kemaществ. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Oh no. Oh. Oh no. Oh no. Okay. 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 keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, wenn du willst, ich bin noch ein bisschen hier. Ja, ich muss jetzt erstmal kurz zum Pier, da steht mein Auto noch, weil ich bin heute Mittag, ich war am Pier Eis essen und dann sind Elli und Josh aufgetaucht und die waren aber mit dem Boot an den Pier gefahren und die haben mich dann mit dem Boot mitgenommen zu Sea Breeze und dann waren wir ja arbeiten und das. Ja. Aber ich bin gelobt worden für meine Tauchkarte. Ich wollte gerade sagen, achso, für die Karte. Ich dachte, du bist gelobt worden, weil du 40 Minuten versuchst, dein Leben zu retten. Ja, dafür auch. Ich hab den AOWD-Schein jetzt bekommen, ohne den... Ein was? Also ich hab ja normalerweise den OWD, also den Open Water Diver. Aha. Okay. Und ich hab, hat weiß eigentlich dabei, den AOWD, das ist der Advanced Open Water Diver, zu machen. Mhm. Und Josh hat gesagt, ich krieg das jetzt einfach, ich muss nur mit ihm noch einen gemeinsamen Tauchkurs geben. Ist das sozusagen ein, äh, Rettungsschwimmer? Nee, das nicht. Das ist quasi, dass ich, äh, Tauchausbildungen geben, also Tauchkurse geben darf. Ich würde sagen, du hast ja auch Rettungsschwimmer verdient. Das ist der Rescue Diver, den muss ich tatsächlich machen. Aber ich hab die Unterlagen dafür schon und, äh, kann das alles lernen. Okay. Kann den dann machen. Also Josh hat auch gesagt, er möchte, dass das auch jeder macht. Ja, natürlich. Aber... Wenn ihr mit dem Booten da rausfahrtet, dann... Ja, natürlich. Ja. Wenn ihr mit dem Booten da unterwegs seid und dann fällt da ein Persona runter und kann vielleicht nicht schwimmen. Ja, natürlich. Ja. Was ich halt auch geben kann, sind ja dann die Schwimmkurse und, ähm, wie gesagt, lernen kann ich jetzt für den Rescue Diver dann noch. Und, ähm, was wir nicht anbieten werden, hoffentlich, also ich werde das nicht anbieten als Tauchlehrer, ist der Solo Diver. Okay. Werde ich nicht anbieten, weil... Was ist das? Der Solo Diver ist quasi ein Tauchkurs, äh, wo du alles nötig beigebracht bekommst, dass du alleine ohne Tauchbody tauchen darfst. Oh, nur, das ist... Das kann ganz schön nach hinten losgehen, wenn man keine Ahnung hat. Also Ellie, Josh und ich nach der Aktion heute, ja, sind uns alle drei einig, dass wir keinen Solo Diver anbieten, weil... Ja, richtig. Stell dir mal vor, das wäre passiert, wenn Ellie jetzt alleine beim Tauchen gewählt würde. Ja, natürlich. Hätte keiner gemerkt. Das wäre... Sie hätten Tiefenrausch bekommen, also an ihrer Ausrüstung lag es nicht. Und wenn du halt so einfach so im Wasser dann ohnmächtig wirst, das ist furchtbar. Und wenn dann halt keiner weiß, wir waren jetzt Gott sei Dank zu dritt, selbst zu zweit wäre das jetzt schwierig gewesen. Mhm. Ich weiß der... Ja. Aber den Persona geht jetzt wieder in Ordnung. Ja, Ellie geht's gut. Sie muss jetzt halt darauf aufpassen, dass sie, ähm, keine Lungenentzündung bekommt. Und wegen Wasserflöhen muss sie gucken. Also Wasserflöhe, das ist eine Tauchkrankheit tatsächlich. Okay. Was da passieren kann. Das ist, wenn die Nerven schädigt sind von dem Tauchen durch, ähm... Also es passiert ja etwas, wenn du auftauchst und so. Das erkläre ich dir ein andermal genauer. Auf jeden Fall nennt sich das Wasserflöhe. Oder kribbelt das so auf der Haut. Und das, ähm, kommt... Es halt... Nennt man halt auch Taucherkrankheit. Okay. Ja, da musst du jetzt halt aufpassen und wenn wegen Fieber und halt wegen Lungenentzündung muss sie jetzt halt aufpassen, weil sie Wasser halt nicht so gut ist, wenn du das in die Lunge bekommst. Und sie hat halt nun mal Wasser in der Lunge gehabt. Hm, das ist richtig scheiße. Aber zum Glück, sie ist in Ordnung. Ja, also... Ja, das meine ich. Wahrscheinlich, sie ist nicht in Ordnung, aber sie ist... Ja, ich sehe es. Ja. Wir sind da auch alle sehr erleichtert. Das hätte auch anders ausgehen können. Also ich bin froh, dass wir zu dritt waren. Sein bisschen, was wir vorhin, ähm, auch festgestellt hatten, ähm, war, dass wir zum einen, die anderen haben keine wasserfeste Handyhülle. Ich werde denen bei meinen Eltern eine bestellen und eine schenken. Weil ich habe eine und ich hatte daher mein Handy bei dem Tauchgang tatsächlich dabei. Mhm. Ähm, hatte ich schon mal einen Vorteil gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Doch. Wie tief kannst du damit tauchen? Um, bis zu 50 Meter. Oh, wow. Okay. Ich habe halt so speziell, weil dadurch, dass ich halt ja schon immer Wassersport mache, habe ich schon immer ein Wasser, also ein wasserfestes Handy an sich, aber halt zusätzlich eine wasserfeste Hülle, äh, um, dass ich mein Handy halt auch mithaben kann. Ich kann auch nur so eine Schlaufe drum machen, um es mir umhängen. Aber mein Tauchanzug hatte jetzt so eine Tasche, die hat ich drin gehabt. Mhm. Und es war halt gut. Ich konnte dann halt direkt das, äh, im Handy benachrichtigen, musste nicht erst zum Auto zurück, weil die anderen beiden waren ja in ihrem Auto. Ja, sei se. Ja, richtig. Was denn? Ja. Ich werde also meiner Mutter Bescheid geben, dass sie mir in Atlantic City so eine Tauch, ähm, ja, so Taucherhülle holt. Hm. Und dann schenke ich die. Ja, dann ist es eine gute Idee. Ja. Mhm. Ja. Weil das ist, glaube ich, besser für die Zukunft. Und das hat jetzt schon einiges Lachen. Aber was wir festgestellt haben, wenn wir tauchen gehen, wir müssen eine Leuchtpistole mitnehmen, künftig. Hm, ja. Weil, wenn, wenn wir mit dem Boot unterwegs sind, haben wir immer eine dabei. Ja, wir waren ja nicht mit dem Boot unterwegs, sondern sind ja so zu tauchen raus und hatten sie deshalb nicht dabei. Und ich konnte halt nur auf mich aufwechseln, indem ich winke, schreie und rufe und alles, aber die haben mich ja, ich bin nicht gesehen worden von den Rettungskräften am Strand. Mhm. Und jetzt wäre halt gut gewesen, so eine Leuchtpistole zu haben. Ja, richtig. Deswegen haben wir gesagt, künftig, wenn wir, auch wenn wir ohne Boot tauchen gehen, werden wir eine Leuchtpistole dabei haben. Mhm. Hm. Die sind ja wasserfest. Das passiert ja nichts. Okay. Kannst du ja mitnehmen. Okay. Ja, ich hab keine Ahnung von diesem Wasserkram. Da bist du mir so viele Millionen Meilen voraus. Mhm. Mhm. Ich bin froh, dass ich den Bootstuhl, äh, dass ich den genießen konnte. Auch wenn direkt danach was Schlimmes passiert ist. Ja. Ja. Wir fahren noch mal raus, wenn es wieder ruhiger ist. Ja, das ist. Machen wir mal eine schöne Bootstour. Ja, na, warte mal, hier ist ein Senior. Bleib mal dran. Ja. Ich hab dich auf Headset. Mhm. Hola. Kann ich was für Sie tun? Nee, nee, alles gut. Ich bin nur ein bisschen am Handy gucken und... Okay. Natürlich. Seinen Abend. Ebenso, danke. Ich bin nur mal eben auf mein Handy am Gucken. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Wieso? Naja, er steht hinter der Glasscheibe und meint, ich bin nur auf mein Handy am Gucken. Hö, hö. Zwinker, Zwinker. Mhm. Mhm. Interessant. Mhm. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Ich finde immer ganz gut, wenn jemand am BlueStools Headset dran ist. Mhm. Wenn der jetzt Scheißen machen, kann zur Polizei rufen. Ich bin bei Sally Siesta. Ja, und ich laufe hier gerade am Pier entlang. Am PD vom Pier entlang. Ah, okay. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Nö, ist es nicht. Ich hab halt mein Auto ja hier noch am Pier stehen und das will ich jetzt eigentlich gerade holen. Ich fahre noch einmal nach Hause, nehmen wir noch einmal ein bisschen hier. Ich hab gesehen, wir haben noch Zutatenpäckchen für Coupa Libre. Kann ich zu Hause noch ein bisschen Coupa Libre mixen. Oh, cool. Möchtest du auch noch was? Ich kann das auf meine Rechnung schreiben. Das ist gar kein Thema. Ähm, was habt ihr denn noch da? Äh, okay, warte, ich guck nochmal. Bevor ich jetzt losfahre. Ja, wir geben heute ja sowieso nichts mehr an Kundinnen raus. Wir versorgen heute eigentlich nur noch die Gastros und wir haben eben einen ganzen Haufen gebracht zu diesem Social Center. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall Ich hab gerade noch Zettel. Ich hab eben auf jeden Fall noch drei Portionen Brummes mit Ketchup und Brummes mit Mayo fertig gemacht. Jeweils drei. Ähm. Dann ich... Entschuldigung, ich hab gerade einen Zettel hier entdeckt. Da steht, na, neugierig gewesen. Wirdst du mitnehmen mit einem Trainier? Ja, den kenn ich. Der ist von meinen... Der ist von... Der ist von Jäcker, glaube. Ja, das ist... Ja, ja, den hab ich schon gesehen. Richtig, richtig. Wie lustig. Ähm. Ja, tatsächlich. Ich habe... Ich habe noch, ähm... Naja, die rohen Zutaten kann ich dir so nicht einfach geben. Also, wie gesagt, drei Portionen Brummes mit Mayo, drei Portionen mit Ketchup. Ich hab gerade noch gemacht. Ansonsten, das Essen hier vorne ist, glaube ich, komplett alle. Der Rest sind Rohstoffe. Die kann ich nicht an Privatpersonen geben. Äh. Ja, Getränken. Boah, ich hasse dieses Kühlschrank. Ich hab tatsächlich hier kaum... Äh, ich hasse dieses Kühlschranksystem hier. Das ist das Einzige, was ich an diesem... Die haben die Kühlschränke zu nah aneinander gebaut. Die blockieren sich gegenseitig, die Türen. Ah. Das ist das Einzige, was mir nicht gefallen hat bei Salis. Ansonsten war es perfekt. Ähm. Wir haben noch ein Zutatenpaket für ein Piña Colada. Wir haben noch für Long Island Hasty ganz vieles. Äh, ja, die Cuba Libre will ich haben. Ich will den Long Island Hasty nehmen. Okay, ja, wir haben noch Zutaten für Sex on the Beach. Äh, für Gin Tonic, für Caipirinha, für Margaritas. Äh, wir haben noch von den alkoholfreien Cocktails Tropical Siesta. Äh, und wir haben Flasche Gin, Rum, Tequila und Vodka. Wobei Tequila hab ich überlegt, nehme ich auch noch mit. Und wir haben noch hoffenweise Bier. Vielleicht für dein Freund, er mag Bier. Ja. Und wir haben einen Weiß- und Rotwein. Äh, okay, ich würde eine Flasche Weißen und eine Flasche Roten nehmen. Ich geb dir das Geld nachher auch. Na, es ist immer noch 99% Rabatt. Okay. Also, ich nehme eine Flasche Weißen und eine Roten. Eine Flasche Weißen und eine Roten. Sehr gut. Dann würde ich nach den Long Island Ice Team. Hm, Ice Team, ähm... Warte mal, welchen Geschmacksrichtung ich hatte gesagt? Ich guck noch mal. Ich hätte noch keine. Ja, ich guck mal auf den Verpackungen. Den gibt es als Pfirsich, als Strawberry und, äh... Ja, das war's. Der Rest ist ausverkauft. Okay. Pfirsich. Äh, wie viele Flaschen? Wie viele hast du? Äh, zwei, vier, sechs, sieben Flaschen... Ja, eine ist angebrochen. Sechs volle Flaschen, eine angebrochene. Dann nehme ich die einfach. Die sechs, äh... Sechs Flaschen Haze Peach. Okay. Ja. Ja, alles andere wird sowieso weggeschmissen. Wer weiß, wann das Casa kommt. Ja. Also spätestens um Mitternacht, sie werden unsere Karten sperren, dann kriegt ja keiner mehr irgendwas an Zutaten, dann wird alles weggeworfen. Okay. Deswegen, nimm so lange du noch kannst. Was hatten wir gesagt? Sechs Flaschen, ne? Ja, sechs Flaschen. Okay, die sind sechs, äh, 36 Gläser. Okay. Long Island Hasty Beach, äh, habe ich für dich notiert. Und meine Lebensmittelspende für Social Center habe ich auch in der Buchhaltung drinnen. Also das ist ein Skandal, wirklich. Ähm, jetzt machen die den Laden zu. Ich möchte das für den guten Zweck verschenken. Und eine Kollegin, sie sagte, sie ist sehr vorsichtig. Sie sagte, oh, du musst das in der Buchhaltung noch dokumentieren. Und ich sag, hör mal, in drei Stunden ist der Laden geschlossen. Ja, aber Buchhaltung. Ja, okay. Hm. Weißt du, Hauptsache Buchhaltung. Ja. In drei Stunden schmeißen die die Scheiße weg, aber Buchhaltung muss stimmen. Ja. Ja, ich habe ja auch keine Lust, dass der Staatsanwalt um die Ecke kommt und sagt, oh, oh, Destina, du hast Essen verschenkt. Hm, ja, verstehe ich. Nein, also, ähm. Also, weil rein rechtlich, es gehört halt der Company. Ja, verstehe ich. Ja, richtig. Und deswegen, wir mussten auch von den Kunden immer mindestens einen Cent nehmen. Wir dürfen nichts verschenken. Du musst mir nachher auch mindestens einen Cent geben. Ja, mache ich. Damit es juristisch ein Verkauf ist. Du kriegst, äh, pro Glas einen Cent. Ja, richtig. Nein, es muss halt ein Verkauf sein, äh, rein rechtlich. Ja, ist verständlich. Ja, richtig. Nee, kein Problem. Ja, gut. Dann, äh, mache ich dir die Rechnung fertig und vielleicht, wir können noch die Cuba Libris mit dazu, äh, laden. Dann muss ich gar nicht... Oh, ja, Cuba Libris. Ja, die waren für mich. Aber dann muss ich nicht extra meine Sporttaschen holen, weil ich bin mit Roller da. Nee, musst du nicht. Ich komme jetzt mit dem Auto. Ja, okay. Dann, ähm, kommt das jetzt auch in die Buchhaltung, damit den Amt zufrieden ist. Und dann passt das. Ja, perfekt. Richtig. Ich bin jetzt auf dem Weg. Okay. Ich bin dann gleich da. Okay. Äh, ich bin am Headset. Bitte du auflegen. Ja, warte. Ja, warte. Pitch. Ähm, pitch. Vielen Dank. Vielen Dank. 3, 6, 18, 6 mal 6, 7 mal 6. 7 mal 6, 7 mal 6, 7 mal 6. 42. Oh. Ich muss noch mein Cuba Libre kurz abbuchen. 7 mal 6 in die entspannte 42. Gut, dass es in Flaschen ist. Scheiße. Naja gut, es muss ja weg, es wandert ja sonst auf die Mullkippe Warte 42 Coba Libre, den Rest ich habe schon gebucht Du hast was gesagt von, du hast noch eine Portion Pommes Richtig Ja, den ist schon abgebucht, das ist in Ordnung Lieber Rot oder Weiße Also Mayo oder Ketchup Ketchup Ich habe das schon vorbereitet Das ist gar kein Thema Aber ich kann dir sagen, du wirst davon nicht saad Ich hatte vor 20 Minuten gegessen und ich habe schon wieder Hunger Das liegt aber auch daran, das ist eigentlich die Beilagenportion für die Steakplatte Das heißt, es ist nicht viel Ja, richtig Okay Gucken wir mal Der große sieht sehr sexy aus mit dem Aufdruck Gracias Eben hast du ein Ombre gefragt, wo ich die her habe Ich habe tatsächlich so eine beim Thriftjob gesehen Aber ich fand sie nicht so gut Ja, mir wurde die tatsächlich geschenkt Ich wusste nicht, wo die herkommt Aber der meinte, der sucht die schon Du hattest Ketchup gesagt, ja? Ja Weil ich habe das andere genommen Ich habe mit Mayo jetzt Ja, der sagte Hey, wo kriege ich das? Mein Sugar Baby braucht so einen Die sucht das überall Und ich habe gesagt Senior, es tut mir leid Die wurde mir geschenkt Ich weiß nicht, aus welchem Laden die ist Ja, ich habe sie in den Thriftjob gesehen Ich würde es ihm sagen Aber ich habe keine Ahnung Ja, in den Thriftjob gab es sie auf jeden Fall noch Ja Ich finde ganz lustig mit diesem Aufdruck Oder Aufnäher Ja, aufgenäht ist sie, glaube ich Ja, es ist aufgenäht Also, aber mir stand sie nicht so gut Deswegen hatte ich sie da nicht mitgenommen Ja, mein Gott Wenn der Aufdruck mir gefallen hat, aber Ja, wie ist das mit geschenkten Pferdchen? Schaut man nicht auf 10er oder so? Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul Ja, richtig Ganz richtig Mein Gott, jetzt geht aber hier die SMS-Party Ja, dass ihr jetzt hier zumacht War eigentlich so eine schöne Location Komm, es war ein Lecker Gracias Mal gucken, was es auch so auf hat heute Ich habe gehört Also, gehört ist gut Ich weiß, dass gestern mein Chef hier war Und ganz viel für uns Für Seabreeze mitgenommen hat Denn unser Kühlschrank ist jetzt brechend voll Ah, sehr gut Ja, wir haben halt geguckt, dass wir verteilen können Aus Genkis ist leider nur telefonisch erreichbar Ich wäre ja heute ganz gerne in den Norden raufgefahren Aber irgendwie hat er nicht so richtig was auf Übrigens Habe ich jetzt einen Termin Und ich hoffe, er bleibt bestehen Für meinen Triathlon Oh, sehr schön Ach, jetzt fällt mir ein Ich wollte auch Alice Moments kontaktieren Gut, dass du sagst Ich habe heute mit Alice Moments telefoniert Und ich habe nächste Woche einen Termin mit denen Ja, sehr gut Ja, ich wollte auch Ich wollte die mal fragen Was das kostet Wenn die für mich eine Organisation übernehmen Weil ich habe ja diesen Tourbus-Tag gewonnen Und da passen zwölf Chicas in den Bus Und das ist mir viel zu stressig Mit allen zwölf jetzt zu klären Möchtest du in eine SMS-Gruppe oder nicht Möchtest du deine Daten geschützt haben Was würdest du an dem Tag gerne machen An welchem Tag hast du überhaupt Zeit Dann denke ich mir, das ist deren Job Da muss ich nur jedem, der dabei sein will Einfach sagen Ey, meldet euch bei Alice Moments Die machen den ganzen Planung für mich Und ich bezahle die dafür Okay Ja, richtig Weißt du denn schon, wann du das machen willst? Ja, am liebsten an einem Samstag Oder ja, am liebsten an einem Samstag Dann haben viele Leute viel Zeit Okay Ja, so montags bis Ja Ich weiß, ist bei dir schwierig Ich weiß Aber die meisten, sie haben tagsüber so wenig Zeit Montags bis Freitags Und der Bus ist halt für den ganzen Tag Und es ist eine Verschwendung Wenn man erst um 17 Uhr losfährt Und um 23 Uhr ist man total mude Dann ist man nur 6 Stunden gefahren Ja, verstehe Ich würde gerne den ganzen Tag anbieten Und dann sollen die so einen Plan machen Also die sollen sammeln von meinen Freundinnen So, was die alles machen wollen Und dann sollen die sich ein Tour überlegen Weil mit dem Bus darf man dann nur 30 Meilen fahren Okay Also quasi aus allen Vorschlägen sollen die so einen Zeitplan machen So 8 Uhr bis so und so Uhr Keine Ahnung Oder 10 Uhr bis Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube ich So ein Tourplan Ja, richtig So, das ist mir viel zu stressig, denen alles zu planen Das ist deren Job Ich hoffe nur, die nehmen dafür nicht so viel Geld Okay Ja gut Ich muss mir jetzt überlegen Was ich von Mit Alice Moments alles organisiert haben möchte Ja, ja Auf jeden Fall haben wir heute so mal grob überlegt Ich wollte schon mal den Rucksack Ah ja Damit wir vorwärts kommen Aber ich hör dir zu Du kannst ruhig mitkommen Ja, du kannst auch mit Okay Also Auf jeden Fall haben wir jetzt die Strecke mal so grob überlegt Josh und Ellie und ich heute Mittag Ich will das noch einzeichnen auf einen Plan Und dann haben wir überlegt Werden wir alles als Sponsoren mit ins Boot nehmen können Und erst hatten sie nur eine Strecke hier in der Stadt Und dann habe ich gemeint Ja, als Sponsoren würde ich vielleicht Yellowjack in Yellowjack in Oh Gott, ich muss da noch anrufen Damals Jace hat mir extra die Nummer gegeben Ähm Muss ich mir die Nummer kurz merken 776408 Ich muss mir das kurz aufschreiben Ich kann, äh Ich kann auch 776 776 048 war das Äh, okay 776 048 Ja Okay Ich sollte vielleicht die Nummer auch bei der Nummer eintragen Und nicht beim Namen Das hilft Habe ich gehört Das ist ein guter Trick Also wie gesagt, nicht wundern, wenn du in 10 Minuten wieder Hunger hast Das ist nur eine ganz kleine Beilagenportion zu Steak Das ist nicht mal Das ist nicht mal ein Viertel Teller voll Pommes Boah Ja, das ist wenig Ja, richtig Also 776408 war das Ich glaube, ich habe es falsch eingespeichert Und das ist das, was ich meine Diese Kühlschränke regen mich so auf 6408 Das ist sonst heiße So, also, passen auf Du wolltest 6 Mal von dem Peach Genau Okay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dann, du kriegst eine Rottweinflasche Und ein Weißwein Nächstes Moment So, eine rote, eine weiße Wir haben tatsächlich noch 4 Weißwein dann Du kannst mehr nehmen, ich kann auf Rechnung schreiben Nee, ich glaube eine Flasche reicht Ja, kein Thema So, auch Wein trinke ich dann doch nicht War da noch was? Weißwein, Rotwein Ja Den Long Island Ice Tea Ich glaube von dir, das ist alles Ja, ich glaube, das waren die 3 Sachen Äh, okay Genau, auf jeden Fall hatten wir wegen dann den Sponsoren gesprochen Dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne das Yellowjack mit ins Boot holen Und dann haben sie gemeint, ja, das ist voll cool Weil mit denen aus dem Norden macht man sonst normal nichts Das ist eigentlich voll schade Und man könnte die besser einbinden Und dann haben wir die ganze Route, die wir erst Äh, überlegt hatten Nochmal überdacht Und jetzt ist die Strecke halt auch viel, viel länger Und geht halt auch bis in den Norden rauf Ja, cool Und endet, er soll dann letztlich an der Bayview Lodge enden Ja, sehr cool Gute Ja, weil dann ist halt der Norden mit eingebunden Ja, und sonst halt Just Ride und Shamrock hatten wir überlegt Und Two Wheels Engine Mhm, okay Ja Auf jeden Fall muss ich mir jetzt da noch ein bisschen ein Konzept überlegen Und am Mittwoch habe ich dann das Gespräch mit Alice Moment Okay Ja, Sön Ja, ich muss, wie gesagt, ich muss die auch noch anrufen Weil ich habe mir das so überlegt über die Woche hinweg so Und ich denke mir so, das ist viel zu stressig So ein Also, wir haben ja die Busfahrerin und mich Das sind ja schon mal zwei Und dann kann ich noch elf Leute mitnehmen Das ist schon viel Ja, das ist mir viel zu stressig Für 13 Leuten so ein So eine Organisation zu machen Warte mal, ich gucke mal, ob ich die Flaschen noch ein bisschen schlauer verstaue Dann kriege ich vielleicht meine Cuba Libris noch da rein Auf jeden Fall halt dir mal den 13. August dann frei Okay Weil das ist so der Termin Trage ich gleich ein, warte Ja, weil das ist der Termin, den wir jetzt erstmal festgelegt haben Okay, ich trage den gleich ein Ich muss kurz in den Kühlschrank fummeln Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ja, entspannte sieben Flaschen Sehr schön Cuba Libris Was habt ihr denn sonst noch da? Ähm Eine Zutatenpaketchen für Pina Colada Noch eine angebrochene von dem Hasty Peach Ja gut Noch drei von Hasty Strawberry Nee, Strawberry ist nicht so meins Dann haben wir noch Zutaten für Sex on the Beach Oh, Sex on the Beach Für Gin Tonic Für Caipirinha Für Himbeer Margarita Für Erdbeer Margarita Für Mango Maracuja Margarita Wir haben noch Zutatenpäckchen für vier Flaschen von dem alkoholfreien Tropical Siesta Das war der mit den verschiedenen Bärchen Hier Blaubärchen, Orange und Erdbeerchen, ich glaube Als alkoholfrei Dann haben wir noch Flaschen Rum, Tequila, Vodka Und einen ganzen Haufen Bier Tequila und Sex on the Beach Das darf ich dir noch abnehmen Okay Tequila geht immer Dann guck mal, wie viel Platz du noch hast Der Cuba Libre muss ja auch noch da rein Ich hab noch Platz Ich kann dir auch was abnehmen Ja, okay Sex on the Beach Sex on the Beach geht immer Ja, natürlich Aber die Frage ist Wie viel du davon jetzt noch tragen kannst Warte, warte, warte Tequila hast du gesagt, ja? Mhm Möchtest du die Flasche lieber so hochkant oder so auf die Seite liegend unter dem Atem nehmen? Ähm, ich kann sie hochkant nehmen Okay Dann eine Flasche Tequila, bitte schon Ja, und jetzt ist die Frage Diese Flaschen von dem Sex on the Beach Die sind eher so Die gehen zwischen zwei Finger so Die Frage ist, wie viel du davon noch tragen kannst Ähm, eine auf jeden Fall Okay, ein Malmischung Und dann könnte ich tatsächlich nochmal eine nehmen Okay, dann sind wir bei zwei Mischungen Das muss ich aufschreiben Mhm Okay Jetzt bin ich voll Okay, also Äh, von Zwei Pakete von dem Sex on the Beach Mhm Und eine Flasche Äh, Tequila Okay Warte, den muss ich noch, äh, in Kasse eingeben Mhm Kriegst von mir auch gleich noch Geld Ja, allen gut Äh, wie gesagt Das ist sowieso 99% Rabatt, also Überall, du kriegst einfach was von mir Ja, ich sag ja Ja, das ist, äh Ja, lauf noch weg, genau Ähm Das ist, äh, 1% für Company, 99% für Destina Mhm Ja, richtig So, warte, ich muss das noch buchen Ähm Wo bin ich denn? Destina Ähm, das ist einmal von Degia Degia Nix Sunrise No, no Den ist falsch Degia Oh mein Gott, ich kann kein Degia schreiben Ich bin die schlechteste Mexikaner in der Zeitung Okay Äh, okay Äh, ein Flasche Degia Und Sex on the Beach Das waren jetzt so zwei Pakete, ne? Ja Okay Perfekt Ja By the way Ähm Also nicht, dass ich dich jetzt irgendwie beeinflussen möchte Aber Die Rotweinflasche an sich würde 90 Dollar kosten Der Weißwein auch Äh, und deine Long Island Sammlung, die du dir da geholt hast Ist bei über 500 Dollar Okay, wow Aber wie gesagt, du musst Also du gibst ja trotzdem so viel, wie du willst, ne? Nur damit du eine Vorstellung von dem Wert hast, den du hier gerade rauskarrst Gut Also es reicht mir auch, wenn du mir 10 Dollar gibst So ist nicht Es ist mir scheißegal So wenig gibt es auch wieder Ja, aber es ist mir scheißegal Ich wollte nur einmal erwähnt haben Dass wir hier gerade 500 Dollar Alkohol noch mitnehmen Ja Da hast du noch richtig viel Platz Ja, warte mal Die Cuba Libres Das interessiert mich natürlich auch Ja, Moment Aber das interessiert mich natürlich auch Die Cuba Libres Ähm Die sind bei 630 Dollar Also ich nehme 630 Dollar hier raus Und du irgendwie auch 500 Das ist doch eine gute Ausbeute Ja Ja Sehr gut Wenn wir jeder noch ein Pommes essen Ja Wenn wir jeder noch ein Pommes essen Habe ich alles verstaunt Okay, warte mal Ich habe hier gerade keine Hand frei Aber Ja, einen Sekunden Ich muss auch noch ein bisschen fummeln Deswegen Ich trage immer die Sonnenbrille nachts Das sieht total behindert aus Aber dann Ähm Sitzt sie wenigstens auf der Nase Und nicht in irgendeiner Hosentasche Ja Ich gucke mal kurz ins Handschuhfach Okay Und vielleicht den Äh Erste Hilfe-Kasten wegrollen Ich habe mal über den Sitz hinten rumgelangt Das passt Guck mal Noch ein Pommes Ähm Müsstest du eigentlich alles reinbekommen Achso Ich dachte Okay Achso Ähm Ja Warte mal Ich meinte Wenn jeder noch eins isst So Jetzt Okay Ich habe Platz Ja Wie gesagt Du kriegst Wie gesagt Du kriegst von dem Ding an sowieso in 10 Minuten wieder Hunger Also Ja, dann esse ich gleich auch mal was Ich wollte gerade sagen So, jetzt kriegst du aber von mir Geld Natürlich Okay Deine ganze Viele Arbeit Naja gut Das war ja jetzt wenig Arbeit So Danke Gracias Ähm Das mit diesen Zutatenpäckchen für den Cocktail Das kriegst du schon hin Ja Musst du noch ein bisschen Musst du noch ein bisschen Äh Alkohol dazu schütteln Ein bisschen schütteln So Äh Also ich meine Du brauchst dafür keinen Barkeeper Lehrgang Das ist ähm Relativ selbsterklärend Ja Ein bisschen Das sollte kein Problem sein Genau Ein bisschen Eis hinzufügen Ein bisschen Äh Also je nachdem Bei dem Ähm Was hast du jetzt? Long Island, ey? Äh Da muss ich gerade selber überlegen Welcher Alkohol da nochmal dazu kommt Äh Einen Sekunden Ich glaube bei Long Island Eis Die kommen Rum Rum oder Gin Oder Naja Ich muss selber noch gerade gucken Ich bin bei Was die Kier Ich muss gerade überlegen Ähm Ich glaube es war Ja warte Wir haben Ja ich muss selber gucken Ich habe ja eine Spicekarte noch Äh Ich muss nur noch den Rucksack zurückbringen Der ist jetzt leer Also jetzt sollte uns äh Die Kops nicht anhalten Und in den Kofferraum schauen Ach ich habe Mitarbeiterausweis Alles gut Bitte? Ich habe einen Mitarbeiterausweis Ja Ich sage ich habe Ja Ja Aber selbst wenn du einen hast Das Auto ist bis oben hin Genagelt Voll mit Einkommen Ja und ich habe einen Mitarbeiterausweis Das ist im Kofferraum Was wollen die denn sagen? Das ist halt eine Lieferung Ja Und wenn die Frage Dann sage ich den Gewerbeamt hat den Laden zugemacht Ich weiß nicht wie lange ich noch Die Schlüsselkarte für die Lieferwagen benutzen kann Also habe ich eine Freundin gebeten Mit ihrem Auto zu kommen Ja jede Minute die sperren doch meine Karte Ja guck mal dass du wenigstens mein Dienst ausmachst Ja Oh schön Oh wow Ja Schön ne? Herrlich Ja wirklich Funktion Marina Oh Schön Und Tauchlehrerin Aha Ja Ja deswegen also wenn die Kops uns anhalten Ich bin da total entspannt Ich mache halt eine Lieferung Und äh Weil halt das Mitarbeiterauto Jede Sekunde von dem Gewerbeamt Ähm ja abgenommen werden könnte Ähm habe ich halt ein privates Auto Ja Ja Was ist das Problem? Ja Ist doch gar kein Problemo Mhm Da hast du recht Ja dann sollen sie Alkoholtest machen Wenn sie meinen wir haben gesoffen Wir sind beide nüchtern gehe ich von aus Also Ich habe nichts getrunken Ja ich auch nicht Ja also Ich bin da total entspannt Ich kann das erklären Mhm Und die sollen gerne ihren Test machen Das ist gar kein Thema Ja Nicht so wie beim Kiffen neulich Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge Ich versuche mal kurz beim Yellow an zu Okay Ich bin jetzt auch fertig Okay Jetzt können wir ja gleich los Ich sehe es Ich gehe noch einmal auf Toiletten Ja mach das Ich gehe noch auf Toiletten Okay Ich gehe noch auf toiletten Was? 16,21 schulde ich denen. Okay, 16,21 für Company. Okay, 16,21 für Company. Okay, 16,21 für Company. So, kurz rauchen. Okay, 16,21 für Company. 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 Dein Freund ist doch ein Präsident von irgendeinem Motorradclub. Okay. Ja, wieso? Ist das den, den den Yellowjack gehört? Äh, gehören tut das Ding er nicht, ne? Ach so. So, das heißt, er kann nicht für die Firma das Bier holen. Aber vielleicht kannst du ihn fragen, ob er Privatbier holen möchte. Wir haben noch hoffenweise Bier. Ja. Ja, kann ich fragen. Ich frage mal, ob er Bier will. Ja, richtig. Dann können wir... Wie viel Bier denn? Ach du, Scheiße. Ja, muss ich gucken. Sch patiently? Okay. Okay... Okay. Okay, okay. Okay, okay? Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13, 13 Flaschen. 13 Flaschen, schreibe ich mir das Kart mal. Was für ein Bier ist das? Locker. Locker? Sieh, Lockerbier. Ja, 15, 13 Flaschen. Kann ich ihm, also bis Mitternacht kann ich noch rausgeben. Ich hoffe, dass die Karte jetzt nicht gesperrt wird. Ich hoffe, die lassen bis Mitternacht die Karten aktiv. Oder wir nehmen es gleich mit. Ja, den Kofferraum ist jetzt Randvoll. Ja. Ja. Kannst du nicht den Rucksack kurz leihen? No. Der muss bei der Firma bleiben. Okay, dann fahren wir jetzt hoch, bis er antwortet. Und dann haben wir die Sachen schnell verstaut und können das Bier ja holen gehen. Richtig. Bereit? Was habe ich gesagt? Sechs oder sieben? Was meinst du, sechs oder sieben? Flaschen. 13 hast du mir gesagt. Ach, sei sie, ja, 13, ach du, sei sie. 13 Flaschen hast du nicht. Ja, muss ich noch auf Rechnung schreiben. Ja. Schreibe ich ihm eine Rechnung, der Form halber. Er kriegt auch 99 Prozent Rabatt. Ja, ich gebe dir das dann kein Problem. Ja, alles gut. Ich weiß ja nicht, wie viel er abnimmt. Ja, vielleicht will er es ja für einen Club nehmen oder so. Ja, deswegen dachte ich, für Motorrad Club. Genau. Äh, 13 Flaschen, den sind 78 Gläser. Mhm. Äh, 78. Okay, ich lege ihn mal in Bestellung an. Aber sind das nicht einzelne? Sind das große Flaschen da? No, no, das sind, das sind, äh, 6er, äh, 6 Gläser. Naja, es sind eigentlich Sixpacks, besser ausgedrückt. Es sind sechs kleine Fläschchen. 13 Sixpacks? Ja, richtig. 13, ja, richtig. Ich habe, ich habe das etwas komisch ausgedrückt. Das tut mir leid. Ich dachte, es waren jetzt 13 Flaschen. No, 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 es sind 3, ja, richtig. 78 Flaschen. Das ist natürlich ein riesen Unterschied. Ja, aber so ein Sixpack nimmt ja nicht so viel Platz im Kühlschrank weg, deswegen. Ich packe mal hier kurz an der Seite. Ja, du darfst in dem gelben Bordstein auslatten. Ja, machen wir jetzt ja auch. Ja, richtig. So, warte mal, den Lebensmittelspende ist geliefert, den Mitarbeiteressen ist geliefert, den Safe Zone wurde geliefert, äh, Privatperson. Privatkunde. Ich lade einfach schon mal aus. Sissi, ich muss ja nur den Rechnung schreiben. Ja, alles gut. Äh, die Long Island Ice, die waren meine. Ich hab nur Cuba Libre, glaub. Ja. Warte, ich hab drinnen einen Sporttaschen, den hol ich kurz. Mhm. Squad, ich hab die Läge mal, oder? Wie alle societyen? Ja, liberty. Warte, ich hab meine congratulate. Warte, ich hab Carlaesus. Ja, ich hab archafft in mir. dessesANE利bs費 und nyspäßchen in mir muss man sich Orientieren. Was ist das nicht gerade noch im Vierer in ein? Alter Prof? Wie auch schon sehen. Hi. Ich bin völligesti very intimidant. Und ich binfalls das Leben aus ihr hierfürھی. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe doch gerade keine Hand mehr frei. Ah, okay. Ich nehme nur Coupa Libre. Den Tequila lass einfach mal drin. Die nehme ich nachher. Ja, ich weiß nicht, was mit den Frieden ist. Kannst du deinem Freund schenken? Ist schon abgerechnet. Okay. Die Bier nimmt er. Okay. Wir können also gleich nochmal runterfahren. Dann, ja, guck, dass du die Tequila-Flasche vielleicht noch in deinen Kühlschrank packst. Ja. Ja, ich laufe nochmal kurz rein. Würdest du kurz aufpassen, ist kein Anzug. Ich bin sofort wieder da. Natürlich. Okay. 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 Hi, ich muss Kofferraum bewachen. Wie geht es dir? Mir geht gut. Das ist sehr schön. Ja, Ola. Na, ich soll auf den Kofferraum aufpassen, deswegen ich konnte nicht zu euch gehen. Oh, wow. Aber, ja, gut. Verstehe. Ja, natürlich. Wenn ich da in der Ecke... Äh, no. Ich habe noch ein bisschen Alkohol mitgenommen. Und abgerechnet. Natürlich abgerechnet. Als wenn es irgendjemand nachguckt. Es wurde gesagt, wir dürfen nichts verschenken, wir müssen alles in die Buchhaltung schreiben. Ich habe da das Ganze aber dokumentiert. Sehr gut. Ja, natürlich. April hat das auch alles noch fertig gemacht. Ja, sie war sich nicht ganz sicher. Wir haben uns jetzt einfach ein bisschen, ne, wie ich dir geschrieben habe. Völlig in Ordnung. Okay. Ich habe sie versucht anzurufen, ich habe sie aber nicht erreicht. Ja, sie war... Achso, ich wollte mich noch... Ich habe alles. Okay. Ich muss noch den Foodtruck eintragen. Aber mache ich. Ich vergesse nicht. Hast du auch Foodtruck? Ne, Morgan. Morgan ist wieder Demo. Ach, Morgan. Okay, gerne. Ja, richtig. Ja, da ist die Demo am Kater. Ja, was ist. Ja, natürlich. Obwohl ich... Bevor sie zumachen? Ja, die... Ja. Wie wollt ihr machen? Nein, ich gebe noch einmal Bier raus. Achso. Die werden ja spätestens in einer Stunde meine Karten sperren und dann der Rest geht ja in den Müll. Achso. Ja. Und die Leute sollen ja noch was davon haben. Habt ihr noch locker da? Ja, richtig. Habe ich gerade alles. Aber jetzt musst du dich streiten. Nein, ich habe noch ein Fünfpack. Nee, nee. Es ging nur darum, dass... Dann hätte ich selbst noch vielleicht noch locker abkommen. Äh, ja, ein Fünfpack. Ansonsten musst du dich jetzt mit dem anderen Kunden einigen. Nö, nö. Alles gut. Okay. Alles gut. Tut mir leid, ich mache es schneller. Das ist für dich in Ordnung, wenn hier... Okay. Ich muss noch meinen Cooper Libre... Obwohl, ach, scheiß drauf. Ich schmeiß die Tasche da rein. Ja, mach das. Ja, so schnell wird ja nicht heiß. Gut. Dann fahren wir noch runter. Ciao. Ebenfalls, danke. Guten Abend noch. Tasche drin? Zieh. Perfekt. Hast du abgeschlossen? Nö, eigentlich nicht. Vielleicht hast du komisch geparkt? Ja, vielleicht. Ich, ich, ähm... Fahr mal noch. Probier mal. Ja, war ein komischen Einparken. Ja. Voll passieren. Ja, den Safe Zone hat schon den Lager ganz voll gemacht. Jetzt ist, jetzt ist der Motorradclub schneller. Die freuen sich auch. Ja. Aber ich dachte, die haben auch Geschäftsführung von Nelo Jake. Nee. Ach so, die wohnen da nur? Also, die haben, äh, die wohnen auch nicht im Yellow Jake. Also, das Yellow Jake, ähm, das ist halt bekannt von denen, weil ich das jetzt mitbekommen habe. Ah, okay, die, die chillen da sozusagen. Also, er kennt halt den Eigentümer, deswegen hat er mir ja auch die Nummer gegeben, betreffend das, ähm, ja, Sponsor uns für, für den, äh, Triathlon. Das hat übrigens geklappt, ich hab mit ihm telefoniert. Mhm. Und die machen das tatsächlich. Ach, schön. Ja. Ähm, die Details klären wir dann noch. Mhm. Aber soweit ist jetzt auf jeden Fall mal festgelegt, äh, ich hab ihm den Termin genannt und so und hat gesagt, das passt soweit und er würde das gerne machen. Und da ja der Triathlon tatsächlich, die Strecke ist jetzt enorm, weil das geht bis in den Norden rauf. Mhm, cool. So. So, mach mal auf und dann speiß mal alles rein. Du kannst deine Tasche doch drin lassen. Ja, oder ich nehme sie, um besser tragen zu können. Oder? Ja, ich nehme sie aber wieder mit, um besser, ein bisschen etwas noch da, ich kann ja die Bierflaschen da kurz rein und dann wieder rausnehmen. Ach so, ja, okay. Ja, richtig. Du kannst mir dann auch welche in die Hand drücken. Ich hab, ähm, ich kann ein paar Flaschen tragen tatsächlich. Ja, natürlich. Das, äh, trau ich dir auch zu. Mhm. Ja, dann ist doch gut was weg. Es ist halt immer noch was da, aber das, äh, geht dann jetzt halt zum Gewerbeamt. Das ist mir jetzt auch egal. Ja. Äh, also ich hab so viel, es ging, gemacht. Mhm. Wir wollten es halt auch noch unter die Leute bringen, so. Das war ja auch der Wunsch von Hunter und Nancy. Ja. Und das Gewerbeamt sagt, ja, aber Buchhaltung. Mhm. Ja, okay. Ich glaube auch nicht, dass sie das noch prüfen. Äh, wie viele Sixpacks traust du dir zu? Deinen kann ich grad drei. Ich hab irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin nicht nochmal reingegangen. Ah, fast den. Ja. Dann kommen noch... Ja, ich leg das ins Auto gleich. Ja, okay, kommen noch drei. Guck, ob du genug Platz hast, noch drei zu nehmen. Ja. Das kannst du mir aufhören. jetzt kannst du mir auch sechs gehen ja gut es sind nur noch drei wie gesagt wenn sie das fünf pack möchte das kann ich hier noch anbieten aber die selbst sondern die hatte halt schon ich denke der mc der freut sich halt auch ich glaube dann haben die erst mal dann haben die erst mal eine weile lang bier das glaube ich auch ja richtig naja den kubalibre den lasse ich in der tasche der muss noch in meinen kühlschrank ja ich sie es ja schenk ihm die pommes ist egal davon wird er nicht satt davon hat er 20 minuten was ja ist so ja wie gesagt wenn wir angehalten werden alles gut ja mein gott ja den taschen noch kommt er zu dir nach hause oder ich glaube ich fahr das hoch ich muss mit ihm noch mal sprechen soll ich dich erst mal zu hause absetzen naja er muss bezahlen mindestens ein cent ich zahl dir die warte ich darf nichts verschenken ja ich habe vergessen guck mal pro a gucken das macht doch sinn gracias genau okay dann haben wir das auch erledigt natürlich ich muss ja warte ich muss den bestellungsbetrag noch überweisen für die buchhaltung ja warte mal was ist denn das jetzt mit 99 prozent rabatt das interessiert mich ja schon 7 80 ok richtig richtig das ist ja auch den sinn der sache das geschäftskonto wir füttern das nicht mit viel geld das soll ja für die mitarbeiter sein und die anderen leute haben auch noch was davon ja aber 70 80 muss ich noch überweise ja macht das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist nett. Und die Jungs freuen sich. Die Jungs freuen sich. Ich freue mich. Ja, sehr gut. Ja, du hast ein totales Schnäppchen gemacht. Wie gesagt, diese Alkoholbestellung von dir, es waren 500 Dollar, glaube. Und die Biere alleine kosten eigentlich 780. Wow. Ja, richtig. 60 Dollar dafür jetzt bezahlt. Ja, aber das ist in Ordnung. Wir haben ja die ganze Woche über gesagt, jeder bezahlt, was er will. Wenn die Jungs meinen, ich habe noch etwas mehr verdient, dann können die das machen. Wenn nicht, ist auch okay. Also ich verlange jetzt nichts mehr so, eh? Es ist vorbei. Ja, ich habe sie mal mitgeteilt, wie viel ich dir jetzt gegeben habe für das Bier und ja, mehr gibt es auch okay. Ja, also ich verlange jetzt nichts. Ja, alles gut. Ich verlange da jetzt nichts für. Die wissen, was ein Lagerbier kostet und wenn die meinen, der Stina verdient noch was, dann ist okay. Wenn nicht, ist auch okay. Ich meine, was soll es verkommen, ne? Das Gewerbeamt schüttet, das ist doch eh weg. Das stimmt. Ja, richtig. Jetzt fahre ich mal nicht ganz so weit, damit du nicht so weit laufen musst. Ja, gracias. Ich muss sowieso noch einmal runterlaufen und meinen Roller holen, aber das ist in Ordnung. Ich kann dich auch unten absetzen. Ja, okay. Ja, dann räume ich mal kurz mein Tequila und das schon mal rein. Ja, richtig. Und ist mein Cuba Libre. Ja, das kommen wir gerne. Hola. Den Bikini lasse ich auch im Auto, falls ich nochmal schwimmen will. Und die ein, zwei Flaschen Bier. Ja, das ist einmal drin. Hast du kein Taschen zu Hause? Ich habe einen Rucksack. Ja, das ist etwas leichter, wenn du die da ein bisschen reinpackst. Ja, dann nehme ich mir den Rucksack gleich mal mit. Das ist dann schneller da. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ja. Ja, ich weiß. Vielen Dank. 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 Ja, guck, dann krieg ich die da zwei Sixpack, dann ist doch super. Ja. Das hält so weit. Ja, ich glaube genau. Ja, ist doch gut, ey. So. Okay. Ja, dann ist... Ja, dann ist... Ja, schönen Abend noch. Ja, danke. Ciao. Dann. Bye. Bye. Vielen Dank. 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 Okay. Das war's gewesen. Vielen Dank. Okay. 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 Wäre so schön gewesen. Okay. 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 ich habe gesagt ich bleibe bis mitternacht hier wenn noch einer kommen möchte ich wollte noch diesen schreien angucken was den leuten alles geschrieben haben für uns und so und noch ein bisschen hier bleiben natürlich das war eine schöne zeit und wir sehen uns wieder in saison ach weißt du wann diesen demo morgen ist ich muss noch den fuhrtrag eintragen ja und morgen wieder aber auch 19 uhr oder so weiß ich nicht da ist auch nicht da ist kriegst du raus ok ok ja dir auch so so Vielen Dank. 20 Uhr Pressekonferenz. 19 Uhr Demo, 20 Uhr Pressekonferenz. 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 21 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 Uhr Pressekonferenz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Erdbeere ist Union. Blaubeere ist Union. Das ist alles, ne? Okay, warte. Kirsche war Wilson. Kartoffel ist Union. Orange ist Wilson. Erdbeere ist Union. Und Blaubeere ist Union. Und dann prozentual 100. Dann haben wir es. So, sie April hat 75% eingestellt. Genau. 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 Ja. Ja, ich habe diesen Kunden nicht im System, dann ist das so. Also ich habe jetzt quasi meine, mein Mitarbeiteressen, das ist auch Privatkunde eigentlich. Genau, Loggerbier wurde geliefert und bezahlt. Das ist technisch nur geliefert. Ja, alles geliefert. Wir haben einen Rechnungsbetrag von 0. Passt. Das ist technisch. Das ist technisch. Das ist technisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich nicht tatsächlich meine Klamotten hier irgendwie ablegen? Schwierig. Okay. Oh mein Gott, mit Blumen und Tea und allem. Das ist so süß. Das ist so süß. Ich werde euch für immer lieb haben, April. No. Danke für alles. Das ist super Essen, die tollen Partys und geilen Menschen. Werde euch vermissen. Das ist so süß. 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 ja ich kam nie dazu ich bin immer am arbeiten aber ich finde wir haben das jetzt schön alles noch gemacht die beiden wollten ja dass wir noch den laden schmeißen und so das sind wir schön gemacht la familia danke danke dafür ohne unterschrift das ist schön das ist einfach der schönste ort schade dass ihr zu macht wir werden euch vermissen danke anonym ja morgen erst mal ich habe gesehen 19 uhr demo 20 uhr presseerklärung vom kurser aber ooc ist ja auch angekündigt ist klar aber ich bin auch sehr auf das ic gespannt ich denke mal die werden da irgendwie meine theorie war schon immer ic und ooc dass die irgendwo eine mall hinsetzen irgend so ein scheiß shopping center wurde dann da friseure und gastros und klamottenläden da alles an einem fleck hast eventuell das court center tatsächlich wo die mode schau war meine also das ist meine theorie die machen da einfach eine fucking mall bei dem court center und das ist geil das ist bei uns um die ecke das sellys ist einfach der schönste ort schade er das hat mir schon okay das also das ist meine theorie es gibt ein shopping mall wie kann man die dinge eigentlich rotieren wahrscheinlich je nachdem wie man steht irgendwie bin ich damit der mechaniker hat noch überfordert ich mache den wesentlich hässlicher als er vorher war mausrad danke sehr ja so spielmechanik fragen sind ja kein meter ansehen ein missio so schade dass ihr zu macht in die budget no ah ja cool wer ist denn da gekommen wo ist meine ah nein ah hilfe das suche ich wer schleicht sich denn hier an bei nacht und nebel hola senor na wie geht denn hier ich lese gerade ein kolisch ja ich weiß es ist gerade noch den ganzen briefen ich kam nie dazu die alle mal zu lesen ich habe ein paar gelesen dann hatte ich mit tränen in den augen ja es war es ja es bin gerade dabei eins nach dem anderen ja es war es ich bin gerade dabei eins nach den anderen durchzulesen und zurückzulegen ich auch gleich meinen noch hin ja natürlich zeigen mir dann muss ich den nicht doppelt lesen ach so ja dann zweit in ruhe nur dann zweit in ruhe nur dann bevor du hin legst ich den wieder weg nehme und lese und wieder hin genau dann kannst du den auch ruhig hinlegen naturle naturle ist auch eine ganz neue variante sie sagt ja immer natürlich weil die kein ü und äh und sowas aussprechen kann das ist ja viel zu deutsch graziell für den wundervollen service und die besten cocktails ok also bis jetzt fand ich nur april und leila richtig süß leila hätte ich am liebsten mitgenommen die war ja super süß die war ja auch bei der ausreise dabei mit der bin ich ja gefahren die kenne ich eigentlich gar nicht wirklich ich habe nur mitbekommen die ist bei winters wäsche weil sie ihre arbeitsklamotten mit hatte ja gute nacht geo danke für den raid wir sehen uns ansehen danke für die schöne zeit bei euch was ich tolles hier erleben durfte war mir eine ehre bei euch immer zu sein aurora die wundervollste bar mit den wundervollsten erinnerungen schade dass es sellys zu macht ja das ist in der tat so das ist ähm mehr als schade aber gut safe zone geht weiter und die safe zone hat ja wirklich fast alle bis auf der weg eingestellt wobei der weg sich auch nicht beworben hat liebes sellys ihr wart mein erster ort auf der insel den ich heimat nennen konnte danke für den tollen sonntag ich werde dich vermissen oh ja oh ja oh ja das ist immer das geilste bei sonntag an der beach bar ich denke auch fragen zur spielmechanik darf man stellen also wie soll man es denn sonst machen das kann man ja easy schlecht machen so es glaube ich habe alles ok ja es schreibt auch noch ein bisschen ne tja letzte runde buchstäbliche ja es ist echt oh man ja er konnte noch ein bisschen loswerden heute ja ich habe auch noch mal ordentlich was abgekauft sehr gut ja ich habe jetzt die kuba libris genommen und ja 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 es ist echt schade wie das zu Ende gegangen ist ja das war das war so unnötig vor allem mit diesen vor allem auch so plötzlich alles ja also fühlt sich irgendwie als dass das alles was in dieser woche passiert ist hätte gefühlt in einem monat passt ja richtig ist ähm irgendwie den begründung war ja auch totale quatsch wegen wortbruch also den anderen ich rede nie darüber wenn ich den anderen mit anderen leuten rede die jetzt nicht in dem unternehmen war sage ich immer das gewerbeamt hatte als grund wir sind mit dem linken fuß aufgestanden und das ist alles so nach dem motto wir haben schlechte laune ihr seid jetzt zu es war ja eine bullshit begründung wir haben ja wirklich auch nur die mündliche aussage von hunter und nancy ne ja das ist ja das problem wir haben ja nichts schriftlich bekommen das wäre ja ja das ist ja auch nochmal schön gewesen ja das ist ja aber so ein bullshit grund wirklich wortbruch ja ist es auch allein deswegen bist du doch nicht ein funktionierendes unternehmen ein rekordumsatzmonat hat der hunter noch gesagt ja ja und auch die zeit davor dass er liest ich meine wenn du dir unter dem abschiedsforst von sallys noch mal das liest ne aber es sind so viele kommentare die das nicht verstehen mhm so und so okay so dass okay so also und Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein Buchstabierwettbewerb hier. A-S-S-I-S-A-S-S-T-E-N-Z. Okay. Ich fühle mich wie in Suhle. Danke. Das ist ein Buchstabierwettbewerb jetzt. Ja, meinst du, ich soll auch zum... Also ja, warum sollte ich was anderes machen als alle anderen? Es ist ja ins Freien. Ich lege auf ins Freien. Mach das. Ja. Ist das hier ein Buchstabierwettbewerb? Assistenz. Ich glaube, es geht los. Ei, Caramba. So, fertig. Ich gehe noch kurz auf Toiletten und lass dich schreiben, ne? Ja. Okay. Ach so, 19 Uhr Demo, 20 Uhr Dingens. Heißt, ich mache mein Schicht Samstag 18.30. Hier, ne? Ja, äh, 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 18.30. Das ist das DIN A und das DIN A mit FUTRAG für Demo. Warum haben Sie nichts gehört? Vielleicht habe ich eine Weile nichts gesagt. Ich will mal kurz eine rauchen. Das ist das DIN A und das DIN A. und das DIN a und anspringen Sie. Das ist das DIN A und das DIN A. Vielen Dank. 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 Ja, ich war vielleicht auch kurz aus dem Spiel rausgetappt, weil ich in dem Notepad unterwegs war oder so. Das ist manchmal, wenn ich IC was notiere oder so. Tja. Tja. Ich lesen kurz. Oh no. Oh no. Oh no. Du tust mir so leid. LKWs, LKWs, Boot hast du da eine Vorstellung? Nee, leider nicht. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Und du? Und das ist das lustige, das ist ja... Ich habe Panther und Nancy kennengelernt. Ich wusste nicht, dass das hier CEO und Co-CEO sind. Und wir haben unten hier im Sally's, da war gerade ein DJ und wir haben zusammen getanzt. Oh, schön. Also so richtig, und ich wusste das nicht, dass das hier CEO und Co-CEO sind. Auf einmal so nach dem Tanzen und ich habe schon voll viel getrunken. Auf einmal fragen die mich so, ja, Derek, Nick hat dich empfohlen. Willst du auch hier arbeiten? Und ich so, warte mal, was? CEO und Co-CEO. Und dann habe ich mich erst mal richtig geträngt. Ja, schön. Weil ich mit den beiden so richtig einen drauf gemacht habe. Ja gut, ja, okay, aber der Chef trinkt halt mit. Das ist doch in Ordnung. Ja, ja, natürlich, aber ich habe es halt in dem Moment nicht damit... Ja, woher sollst du auch wissen, wenn die beiden da einfach... Ja, natürlich. Das werde ich niemals vergessen und noch so viele andere Sachen. Ja, natürlich. Oder auch im Winter, wo wir Schnee hatten und hier auf dem Sally's Park, das alles war schneeweiß, es war arschkalt. Und wir haben eine Schneeballschlacht gemacht. Aus Söhn. Ja. Ja, du hast auch sehr schön geschrieben. Das ist ein sehr guter Brief. Danke. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, jetzt lass mich etwas ablenken, wenn wir reden. Aber das ist in Ordnung. Ja, das ist total okay. Ah, jetzt weiß ich auch, warum du Assistenz mich buchstabieren hast lassen. Ja, genau. Ich hatte Angst, dass ich es falsch schreibe. No, allen gut. Ich habe euch da nochmal wegen Rechtschreibfehler angeguckt. Ja, nee, ist sehr, sehr gut. Möchtest du es selber hinlegen? Ja, ich würde es selber gerne hinlegen. Natürlich. Bitte, Sohn. Dankeschön. Dann lege ich das gerade mal hin. Natürlich. Und was machst du jetzt? Ja, ich denke, ich mache noch eine Runde durch den Laden und dann mal gucken. Also Omega bin ich raus. Das ist nichts für mich. Nee, ich habe auch kein Ticket. Ja, weiß ich nicht. Ist auch einfach. Ich wollte jetzt den Klamotten anlassen. Ich habe extra Wechselklamotten bei. Und ja. Mal gucken. Ist ja schon spät auch. Ja, ich denke mal, ich werde mich auch gleich nach Hause machen. Okay. Pass auf dich auf, ne? Ja, du auch bitten. Wenn was ist, kannst du dich ruhig bei mir melden. Natürlich. Wir sehen uns eventuell in Tiki Lala. Oder wenn ich noch einen Führerschein mache. Auf jeden Fall. Okay. Okay. Mach gut, ey. Dann hab ich dir viel Glück für die Zukunft. Ja, dir auch. Buenas. Ja, natürlich. Ciao. 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 Vielen Dank. Hi. Hola, haben Jungs dich gefreut? Ähm, Jungs haben Bier noch gar nicht bekommen, weil sie keine Zeit hatten. Ah. Was heißt das? Ich dachte, die sind schon am Saufen. Ja, gar nicht. Ja, okay. Ja, ich habe gerade die ganzen Messages hier gelesen, die ganzen Briefchen, die die Leute hinterlassen haben bei Salis. Ja, da waren echt suche Sachen bei. Das ist schön. Ja, ich habe dann jetzt auch selber noch eins geschrieben und, äh, ja. Das ist doch schön. Ja, ich gucke jetzt mal auf Mietarbeiterausweis. Müsste jetzt ungültig sein. Mhm. Naja, gut. Ja. Steht, steht noch nicht ungültig drauf, aber ich gehe davon aus, das Gewerbeamt wird schon im Prinzip, ähm, äh, ja. Die werden in jedem Moment die Rechte entziehen, gehe ich von aus. Ja, wahrscheinlich. Also, ich sage mal so, ich fasse jetzt nichts mehr an, weil, äh, ich glaube, ab jetzt ist es auch illegal, wenn ich noch irgendwas anfasse hier. Deswegen, ja, ich sehe es. Ja, gut. Ja, ich war gerade auf dem Weg ins Bett, also ich wirkte dich nur ungern ab, aber ich muss... No, allen gut. Ja, machen das. Wir sehen uns. Ich war nur neugierig, ob die jetzt am Saufen sind. Ja, nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Ich war trotzdem im Norden unterwegs, weil ich, äh, die Route immer abgefahren bin, so teilweise für die, ähm, für den Triathlon. Und das hatte ich mir jetzt angeguckt, weil ich es wollte wieder. Ah, verstehe. Oder dieser Tunnel ist, von dem die anderen gesprochen haben, das bin ich jetzt langgefahren. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich mal so grob die, äh, die Strecke auf der Karte eingezeichnet. Ah, sehr gut. Mhm. Na gut. Jo. Ja, es ist... Dann gehe ich jetzt in... ins Bett. Ja, richtig. Ich ziehe mich auch nochmal um, fahre nach Hause, guck mal. Äh, ja, buenas Nachts. Ja, danke dir. Und, ähm, sonst sehen wir uns morgen. Naturlich. Bis dann, ne? Bis dann. Ciao. Schlaf gut. Ja, du auch. Ciao, ciao. Boah, dieses Bluetooth-Headset ist die beste Erfindung aller Zeiten. Ich liebe es, freiheitlich zu telefonieren. Das ist mega. Boah. Ja, ich liebe es, die beste Erfindung aller Zeiten. Ja, wenn es hier dann auch nicht geht, ist es juch. Und, ähm, das ist so, dass ein Verbinderungen aller Zeiten. Okay. Und jetzt, bitte. Ja, ich liebe es. Ich nehme dich. Ja. Und, ähm, das ist ja. Ich bin, ähm, das ist ja an... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann kommt die Tasche an sich nach hier. Und dann kommt das hier wieder. Ach ja, so. Dann haben wir es erst mal. Ja, 25.06. war die Ausreise von den beiden. Und ab heute ist der Laden offiziell tot. Das ist wie das. Aber er wird nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Ich muss Futter mitnehmen. Was habe ich? Ich habe echt zu wenig Essen im Kühlschrank. Einmal sind die Rainbow Waffels, die ich selbst gemacht habe. Und dann haben wir das Fahrschulsystem hinterlegt. So ein bisschen Platz im Portemonnaie schaffen. So, ja, Eiffelturm, Filter, Eiffelturm, Filter, Eiffelturm, das Rätsel habe ich gelöst beim Kneipenquiz. Da war die Challenge bei Filter Eiffelturm, die Buchstaben zu tauschen, bis man auf eine Lösung kommt. Und da kommt Eiffelturm raus. Ja. So war das. Das ist der Rechtsanwalt. Das ist Zwischjob-Kundenkarte, Perso-Führerschein. Äh. Ah ja. Terminal Racing Track. Und die Sightseeing-Tour für 6 Personen. Eine Reihe mehr für Sallys, Klamotten und sowas. So. So. Das waren alles Geschenke von Sallys. Das waren alles Geschenke von Sallys. So. Cool. Cool. Ja, hier habe ich irgendwie noch Kram doppelt. Und das muss ich mal richtig ordentlich organisieren hier in diesem Kleiderschrank. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe und alle. so. Ich will meinen, da geht nicht mehr so viel, oder? Ja. Ja. Das ist eine Katastrophe. Amen. Ja, okay. Ich freue mich auch drauf mit Lola jetzt hier zusammenzuarbeiten, das ist cool. Und ja, ich gucke immer mal zwischendurch, ob alles abgeschlossen ist. Ach, die muss ich auch noch in den Schrank legen, das ist die Mitarbeiter, die Keycard da für die Sallys Geschichten. Es ist aber soweit erstmal alles zu. Okay. 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 Let's see the button again. Okay. Okay. wäsche ist nicht zurückgekommen die ist noch nicht wieder da die wurde am freitag abgeholt heute ist freitag da war was da war ja was wir haben ja heute erst freitag steht sie ist noch in der wäsche aber ich habe die jacke alternativ regeln das habe ich auch von salis noch gerettet ein t-shirt und ein regenbogenleuchterband für männer das muss ich den gg noch mitteilen wollen ja nicht dass die klamotten von irgendwelchen randoms in der gegend rum getragen werden das habe ich mal schön gesichert das ist ein fraktions item wir sind ja technik die auch eine fraktion ich bin fast bei 5000 das auto rückt näher aber 12.000 kostet der neu die das rote konnte bewegung ist immer das interessante das ist ja so tages plus minus und die bewegung plus 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 50 plus 520 plus 30 plus 800 das ist die schließungswoche genau 25 bis 30 da waren die leute sehr großzügig mit trinkgeldern plus 800 gut an dem tag habe ich nicht gearbeitet das war der mittwoch plus 1100 ja plus 700 ja gut heute habe ich auch nicht gearbeitet heute gab es tatsächlich nur grundsicherung das war das und ja die ganze vorteil geschichte mit salis habe ich heute ohne einstempeln gemacht ich hätte mich technik die nur einstempeln können aber ja ist ja wein ist ja wein ja 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 ich bin eigentlich schon auch tendenziell müde morgen keine ahnung machen wir irgendwas und dann habe ich ja jetzt 18 30 selbst so richtig 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 18 30 ich fange jetzt mit dem Food Truck an und ja Vielen Dank. Ja, und für nächste Woche haben wir Montag früh mit Enya, das ist schön, Lara kommt zur Ausbildung, sehr gut, dann machen Enya und Gwen, das ist okay, ich habe mir den Mittwoch gekrallt für Foodtruck, ja, wobei tatsächlich, ne, ne, machen wir, machen wir laden, machen wir nicht Foodtruck. Und da hat Mittwoch steigt Loda ein in die Ausbildung, das passt doch. Achso, das ist, Gigi meinte, ich muss noch T-Shirts besorgen. Die mit dem T-Shirt-Icon, die haben jeweils ein T-Shirt und eine Jacke. Ähm, da bin ich irgendwie die Letzte, die noch versorgt wurde, aber das wird, da kümmert sich ja Gigi entsprechend drum. T-Shirt und Jacke. Ja, ähm, da war was, die Wäsche ist noch in der Wäsche, muss ich morgen die Jacke tragen im Zweifel, aber ist ja auch für abends. Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch groß was starte, ehrlich gesagt. Ist ja irgendwie auch nur Omega und, ja, kein Plan, ne. Alice, Irish Pub. Downtown Cap ist noch am fahren. Äh, komm. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Jetzt noch mit dem Taxi in die Kneipe und dann gucken, wie man zurückkommt. Äh, äh. Nope. So, ich schaue jetzt mal wegen Raid in Sachen, äh, Omega oder so. Die Gigi ist ja wahrscheinlich noch am Stream wegen Omega. Äh, äh, dann schicke ich euch in Zweifel da hin. Die Gigi gucken, quatschen. Erstmal gucken, ob es überhaupt noch ein Eich gibt oder ob alle abgeschaltet haben. Auch das soll vorkommen. Entschuldigung. Ja, nix, Zuschauer. Naja gut, aber die, die Gigi wird ja, äh, Omega streamen. Ich schicke euch der, ich hoste der Form halber. Achso, sie streamt nicht. Sie zockt einfach. Ja gut, äh, dann, äh, no. Dann ist an der Stelle Feierabend. Dann sage ich danke fürs Zusehen und wünsche euch je nachdem, wie ihr das Video seht, einen schönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Ciao.